So Leute ich glaube es wird Zeit, dass wir anfangen zu spielen. Tiefer können wir mal wieder nicht sinken hier vom Niveau her. Jetzt werde ich hier schon geflamed wegen meiner Herkunft. Was ist das hier? Wenn ihr ins Saarland kommt, dann wird überall so Musik gespielt hier. Manche haben vom Saarland aber echt so eine Vorstellung als gäbe es nur Bornhöfe und so. Das komplette Hinterwäldler Areal irgendwie. Genau, jeder besteht eigentlich nur, also genau, die ganzen Familien, die haben auch nur Inzest eigentlich die ganze Zeit und genau, das ist, ja, das ist Saarland. Saarland ist, das sind quasi die Rednecks, die Rednecks von Deutschland. Das ist glaube ich so die allgemeine Meinung, die allgemeine Vorstellung. Süeter Saarland. Aus Trier, oh jo. Ja stimmt. Also für alle, die das nicht wissen, Saarland ist ja direkt neben Rheinland-Pfalz. Und im Prinzip ist das ganz lustig, diese Dynamik, weil jeweils der andere, also sprich, wenn du im Saarland groß wirst, bekommst du immer Felserwitze beigebracht, ja? Also Witze, wo dann irgend so ein Typ, so ein Felser dabei ist, der halt irgendwas Dummes macht. Und wenn du aber in der Pfalz aufwächst, kriegst du genau die gleichen Witze erzählt, aber mit Saarländern statt Felsern. Es ist so dumm eigentlich. Aber dir wird quasi so in die Wiege wird dir schon diese, 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 diese Feind, diese Feinde werden dir direkt so demonstrieren, weißt du? Oh, die Pelzer, die scheiß Pelzer. Wie könntest du im Dorf oder Prima? Ja, 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 okay, ja, kann ich mir gut vorstellen, ne? So, dann erzähl mal über die Tiere. Braunsprecher, okay, anscheinend gibt's sowas überall. Alles klar. Die Henrietta und Hannelore, oh. Ehre den Kock. Bad Bevenson und Bienenbüttel, Junge, was ist das denn für ein Name? Das klingt, das klingt, das klingt nach voll den Fantasy-Orten, finde ich. Ja, heute reisen wir nach Bad Bevenson und danach nach Bienenbüttel. Ich habe gehört, dort sind Ogre aufgetaucht, die sollten wir ausschalten. Also, wir müssen nur deine Kacken, oder? Oh, danke, Cary. Ich habe zu Kartoffeln immer Kartoffeln gesagt. Ich habe, ich habe nie Krombeere. Ich, sowieso generell, also ich fand so ein paar saarländische, diese ursaarländischen Begriffe, ich fand die so dämlich. Das habe ich mir direkt abgewöhnt. Himbergen. Himbergen. Das klingt, das klingt wie ein Pokémon-Ort, finde ich. Weißt du, so irgendeine Pokémon-Region, wo jedes, wo jede Stadt nach so einem, nach so einer Bäre benannt ist, oder nach irgendeinem Obst oder so. Und du bist aus Himbergen. Ja. Der himbergische Arenaleiter, Alter. Auf geht's, Red. Such! Oh, shit. Oh, oh, ja. Hm. Ah, shit. Mein Timing ist scheiße. Oh, was ich das? Hamigret, ohhhh. Follow the red, follow the red. Beste Quest aller Zeiten, ey. Put, 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 put. Put, 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 put. Back to square one. Yes! Raffelgrim mit Rümmelgüpp. Bitte was? Ja, das ist wie Romeo und Julia eigentlich, ja. Da muss man schon aufpassen. Nicht, dass man dann, weißt du, so an den Scheiterhaufen, der natürlich in jedem Dorfzentrum steht, gebracht wird. Jetzt stelle ich halt mal nicht so an. Komm her. Warum ist das so hart? Ich, ich frag mich gerade, ob ich das irgendwie falsch mache, ob man das vielleicht besser machen könnte. Das kommt mir gerade sehr, sehr diffizil vor. Oh, ohhhh. Willkommen zurück, mein Baby dearest. Meine Mutter darf hier von nichts erfahren, ja. Die wäre, du, also direkt enterbt. Ein Saarländer? Bist du das Wahnsinn? Nichts molto wichtig. Der scherz oder die Zanderhaufen. Du, ich bin nicht einer realen Kat. Bin ich echt? Du, 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 du. Nein! Ach! Huhn! Nein! Huhn, please! Aus dem Weg! Junge, ich fang das Huhn! Haut ab! Junge! Hackelt er mich an? Ein Bild! Sabotiert von NPCs, Junge! Was tue ich da eigentlich? Ich helfe der alten Frau, ihre Hühner wieder zu kriegen. Eine ganz normale RPG-Quest. Nein, wenn ich es trage, dann denkt er zu und oh, das ist gefährlich. Was? Das ist dein freundlicher Erinnerung von der Youth-Koalition. Auf die Monster! Du kannst da nie zu sehr vorsichtig sein, Leute! Im Ende ist die Musik unter Malu gut. Oh Gott! Oh Gott! Junge! Nein! Nein, nein! Huhn! Nein, bitte! Nein, Huhn! Komm, komm! Nicht zurückgehen! Okay, okay! Nein! Junge! Was ist das? Das ist so ultra hardcore, das Huhn! Komm! 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 Ja, ja! Nein, komm! Bitte! Huhn, komm! Oh! Pete! Ich bin so worried about you! Ich finde, das sollte nämlich alle gegen Eden Ultimate werden! Ja! Bitte! Wie weit ist die Wilde Hertha? Na toll! Oh, je! Ich bin gespannt! Nein, die große Katze ist, ja, was weiß ich, woher soll ich wissen, wie so ein Huhn denkt. Das Huhn denkt sich so, ah geil, hier ist eine Kiste mit Körnern oder sowas und dann ist es halt geil drauf und dann ist die große Katze mit brennendem Schwanz halt nicht. Das ist nicht mehr so fürchterlich. Vielleicht eher der Typ mit den spitzen Haaren und dem riesigen Schwert auf seinem Rücken. Hier musste ich sowieso hin, oder? Auf zu Hertha. Hertha BSC, oder? Wie weit ist denn das? Willst du mich verarschen? Wo ist denn das Huhn? Nee, oder? Loki hoffe ich, das Huhn ist schon... Das ist ein langer Weg zurück in die Stadt. Warte mal jetzt. Nein, ich hau ab. Nee, okay. Nein, ich muss... Nein, ich darf die alte Frau nicht enttäuschen. Ah, komm mal hier. Ich weiß ja nicht mal... Jetzt schon gefehlt. Jetzt schon gefehlt. Das ist die harteste Quest im ganzen Spiel. Alles gut. Scheiße! protect the chicken here it comes Oh, das ist ein neuer? Oh, okay. Ich dachte, das ist der, der wir schon kennen. Oh, das ist ein neuer. Oh, das ist ein neuer. Spannsschwinge. Ich werde dir zeigen, was ich tun kann. Das haben wir gleich, Leute. Warum nicht du den Weg gehen? Mach ihm mal tot, bitte. Er hat beides gedotscht. Er hat beides gedotscht. Er hat, er hat einfach beides gedotscht. Ja, ja, ja. Oh, bitte sag mir, es läuft jetzt von alleine zurück. Wann stirbt denn? Sie stirbt nicht. Tiefer stirbt. Hey! Du musst nicht beantworten. Der neue Angst vor dem Außenland hat sie nach Hause gebracht. Sie hat sie nach Hause gebracht. Sie werden sie nicht mehr als wir. Sie waren ziemlich sicher, um die Stadt zurückzunehmen. Hune ist safe. Oh. Sind das für Viecher eigentlich? What the fuck? Oh. Okay. Die wurde ja cute. Und die Mucke hier? Die Schokobo-Mucke? Hat so ein bisschen was von Donkey Kong, oder? Mein großes Idol. Ähm. Seit du hier bist. Ich brauche deine Hilfe. Um ein wahrer Krieger zu werden. Bitte. Um mich zu groß zu zeigen. Ich bin so auf der Seite. Der G.Y.C. Der Kapitän hat mich auf R singen, du kennst. Sie erzählst dir allen, wie du eine Art Art Schindler-Wettbewerke in Strap-Metal. Oh. Hast du das? Oh, ich will dir nichts machen. Ja. Ja, doch, stimmt. Ja, ja. Kommt hin. Zack? Wer ist das denn? Was ein Lemurensohn. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Stimmt, Cisney hat ja auch so Sachen geschmissen. Oh yeah, oh yeah, so Tetsu, Junge hat ein richtiger Weepname sogar. Weil er ist so Tetsu Uzumaki. Ja und jetzt? So Jan, mach dir Notizen. Wir lernen jetzt, wie man ein rarer Animieren will. Entstanden, Master? Sehr gut. Dann mit dem, lass unsere Training beginnen. Ich hoffe, dass du fokussierst, mein junger Disziplin. Halt, fiend! Bitte, teach mir deine Wände, Master. Bobass. Uh. Ja. Mach halt. Mach was. Okay. Er hat einmal getroffen. Wie alt ist Yuffie? Äh, 16 glaube ich. Warum? Okay, er hat, er hat dreimal getroffen, okay? Okay? Here he comes. excepted. Deal with that. Ready? Keep it together. Taking order. Yeah? Yeah? Wie soll ich denn die schockanfällig machen, wenn die direkt sterben? Ich bin zu stark. Okay, wir müssen, ähm, ähm, ja, ähm. Moment, ich, ich muss mir was überlegen. Hier rächt sich das Schwitzertum, ja, aber, warte mal, ich glaube, wir können dem entgegenwirken. Indem wir hier auf Dynamisch stellen, dann müssten die eigentlich auf unserem Level sein. Äh, das ist schon besser, äh. Das war 0 Otashi. Ach man, ähm, ähm, okay. Warte, ich hab ne Idee. Ich hab noch ne Idee. Verdammt, oh man, warum bin ich so schwitzig? Ähm, ich meine, ich könnte... ...ne schlechtere Waffe equipen. Warte, ich hab ne noch bessere Idee. Wir bleiben, wir bleiben, das ist per... Okay, ich hab die perfekte Idee. Okay, wir bleiben jetzt sogar... Wir bleiben jetzt sogar lore-konform. Wir nehmen Yuffie. Weil Yuffie macht nicht so viel Damage, aber sie, ähm... ...sie macht ganz leicht Schock. Okay. Let's do it again. Hold, Fiend! Please, keep me your way, Master. So, und zwar geh ich am besten... Wir hatten ja am meisten HP. Das, genau, das Ding wahrscheinlich. So, Feuer. So, ein bisschen hier rumchillen. ATB. Flammen in Jutsu. So. Und jetzt muss ich eigentlich nur... ...das will ich die ganze Zeit machen. Hits, got me now! How you time unstoppable! Just stop! How you like this! Got me now! Here I go! Warte, wir haben es ja geschafft, irgendwie. Hä? Okay, ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Achso, es war nur Schockanfälligkeit. Ach, ich Idiot. Ich hab das die ganze Zeit als Schock gelesen und dachte, ich muss die schocken. Oh, okay, dann ist es ja viel einfacher. Okay, never mind. Ja, lesen, lesen hilft. Lesen hilft. Lesen hilft. Wir merken uns direkt, Number One-Regel für einen Ninja. Lesen. Wie der Säge geht. Wenn man die Missionsberichte nicht richtig liest, dann hat man schon verloren, hat man schon versagt. Dann wird man niemals Hokage. Okay, go, weiter. Führe einen Schock herbei. Okay, diesmal, diesmal Schock. Krieg ihn! Das ist es. Ah, was? Okay. Oh, äh, hallo? Es reicht. Das sieht nicht gut aus. Das stimmt, aber nur... Naruto hatte auch... Äh, der hatte Plot-Armor. Und er hatte Vitamin B, weil sein Vater schon Hocker gewinnt hat. Er hat es nicht mal geschafft. Ei, ei, ei. Bitte, Master. Lass mich wieder versuchen. Schön, dass sie ihn heilt, aber nicht mich. Chat, ich bin unfähig. Ich bin kein guter Ninja. Okay, ich muss warten, bis die den Hinterhalt machen. Hinterhalt, okay. Und jetzt fette Attacke. Und dann ist er schockanfällig. Ja, okay. Sehr gut. Okay, okay. Okay, okay, okay. Perfekt. Einmal geschafft. Jetzt ist es gleich noch mit dem anderen. Komm, hinterhalt, okay. Gut angriff, zack. Schockanfällig. Und... Let's go. Easy fucking piecey, man. Mega Ninja. Mega Ninja of Doom. Die Quests hier sind irgendwie lustig. Die sind so ein bisschen anders als... ...vorherige. Hier runter. Oh, ja, okay. Ich sehe schon. Okay, Moment. So. Zwei. Schock. Zeitlimit. Okay. Okay. Du, 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 du. Komm runter. Komm runter. Okay. So, einmal schock. Wo bin ich? Zweimal schock. Und jetzt einfach... Go, 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 go. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Miegaschlapp, oder? Okay. You're out of luck. Okay. First try. Ninja. Faster. Noch weiter? Ein wahrer Ninja. Muss auch immer die Augen offen halten. Denn überall könnten lebensnotwendige Materialien rumliegen. Beim Überleben in der Wildnis. Muss man die Augen im Offen halten. Du hast es geschafft? I hope you've got more in you, cause that ain't gonna cut it. Right, I'm gonna take a quick look around. You rest up for the next round. I think you should focus on stamina, not strength. Yeah, Zach told me the same thing. He used to train here all the time. Called it his secret gym. Of course, it wasn't much of a secret since everyone knew about it. But it sounded cool. Hard to live up to the legacy of a guy like that. Check this out. Komplett, komplett falsch. Komplett falsch. Die Haltung. Komplett daneben. Neh. Mm-mm. Mm-hmm. You're behind. Not like that. Gotta go deeper. Binge your knees more. Engage your glutes. In your quads. Got it. Er ist tot. Kurz. Mastodon, Alter. Junge. Ich komme zu nichts. Okay, freue mich. Verhindere, dass er kampfenfähig wird. Okay. Mm. Second Wind. Second Wind? Go on! Okay, chill. Hallo? Komm nicht raus. Okay, Moment. Wie kriegen wir die denn? Okay, Feuer. Das ist auf dich. Ich nehme sie an. Warum hast du das? Das wird mir alles machen. Ja! Let's switch it up. Lass long. Okay. Und catch! Das ist für dich! Das ist für dich. Kannst du das machen? Ich mache das. Hier geht's. Los geht's. Los geht's. Das war's. Das war's. Das war's. Oof. Hier geht's. Das war's. 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 Die waren ganz schön tough. Ich glaube, der Typ hat nicht eine Attacke abbekommen irgendwie. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber... Wir haben eigentlich gewonnen? Wow, all das Training hat wirklich aufgelistet. Warte einen Moment. Das ist es. Ich habe eine Idee. Ich sehe dich zurück in der Stadt. Äh, hallo? Was ist mit meiner Materie? Ja! Scammed. So, wo bin ich denn hier überhaupt? Ah, das Gute ist, hier ist ein Schnellreisepunkt. Also, wir können in der Tat mal fix zurückgehen. Bisschen ausruhen und so. Wie? Von Gaga? Wir haben keine Zeit für sowas, genau. Für eine Mission gilt. Das ist ein ziemlich starker Preis, aber wir können wahrscheinlich das machen. Was? Oh! Und er hat sich vergessen, die Materie zu erwähnen. Vor allem der Precious kind. Das können wir nicht machen. Schau, Sotetsu. Sie sind gut bei ihren Arbeitern, aber... Sie glauben, dass sie ein bisschen viel fragen fragen? Wir suchen für Training, nicht für Probleme. Wenn du jemanden für dich trainierst, dann schau nicht weiter. Kein Geld oder Materie braucht. Dankeschön, Sisnay. Das wäre toll. Aber was für sie? Sie sind die Verteidigung des Battlefeldes und unter der Tutelage. Meine Tutelage ist nicht genug genug? Falls du es vergessen hast, habe ich meine wahre Aktion gesehen. Wenn alle von euch ernst sind, über das Uppingen des Spiels, dann werde ich euch helfen. In Wahrheit habe ich jetzt noch eine Zeit gefordert. Wir sehen, dass wir hier sind... Nun? Klingt gut für mich? Ich auch. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erklärt habe, für die, die Crisis Core nicht gespielt haben. Aber Sisnay, das war einer der Türks. Also die Typen im schwarzen Anzug von Shinra. Nicht schweißen. Das ist es. Hör auf. Es gibt keine Rückkehr, also bemerkt. Ich gehe nicht einfach. Roger! Sie haben ein bisschen gekämpft in ihrem Leben. Cloud! Yuffie! Ich weiß, dass du ein Leben in allem machen musst. Aber du möchtest, dass du deine Anzahl reduzieren möchtest. Ich will das, nachdem du mich beteiligt hast! Wo ist meine Materia? Wir sind... wir sind zwei! Zwei ist gut! genug genug. Sie sind sich selbst verbringst. Nur einen Mann! Ja! Sie ist grün! Juffie ist grün! Neue Aufträge? Sie ist grün! Juffie ist grün! Neue Aufträge? Also ich denke, wir hätten eventuell ne kleine Pause verdient. Geheime Zutat! Ich möchte eine Suppe aus Gonga-Pilzen kochen. Okay. Das passt doch prima, weil ich wollte sowieso in das Haus mal kurz rasten. Inzwischen scheiß ich sogar grün. Bitte was? Wer hat das gesagt? Inzwischen scheiß ich sogar grün. Okay. Sollte man mal zum Arzt gehen, würde ich sagen. Wait, don't leave. Treat you guys to a bowl if you help with the ingredients. So, what more do you need? Oh, Aerith Quest? Oh, right. Torgans Vegetables. That dog's probably parked near the village entrance, selling his produce. You mind swinging by and picking up some of his stuff for me? Okay. Folks, die's van der damit wir PUBON strips. Also, dass man sichQueues rausfallen. It verlinkt. So, die ist gelie Takeio. ? Also was esvere. Was nicht so großartig. き Gumm gelie. Was? Was? Wow wow! Brokou. Was? Was? Du just payest dem Heim? Oh! Him? Das ist Melon, Torgans Puff. Er kommt von Zeit zu Zeit, um unsere Farms Produkte zu verkaufen. Wir haben unsere eigenen Vegetarier hier in der Stadt auch, aber die von Torgans Feld sind besonders lecker. Komm, wir gehen nach ihm. Folgen Sie diesem Hund. Wow, 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 wow. Den Zack habe ich vermisst. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Da sind wieder die Lemuren-Söhne. Oh, da ist... Wait. Schatz. Der zweite ist bestimmt hier auf halber Höhe. Irgendwo. Wo ist meine Bau-Wau-Wau-Musik? Wie geht es heute? Good? Hallo. Ich weiß nicht die erste Sache über die Farbe. Aber ich weiß, wie glücklich diese Gemüse sind. Ich kann sie praktisch hören. Ich habe einen Augenblick auf die Sachen. Aber du sagst mir, du hast eine Ere, auch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Moment. Hat das jetzt ernsthaft funktioniert? Hat das jetzt ernsthaft funktioniert? Ja eben. Die hat den doch komplett verarscht gerade. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schatz. 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 Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wie er schwimmt. w r w r w r w w... w w w HO VW w w s ho & w 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 Das ist voll Hier ist doch dein Moment mal, hab ich? Ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, ob dieses dynamisch die Gegner wirklich schwerer macht. Ja, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie fast noch leichter an. Ich mach's mal wieder auf normal. Hi, Sarah. Wir folgen gerade wieder einem Hund. Wir singen Bau-Wau-Bau. Bau-Wau-Wau, Bau-Wau-Wau. Oh, den kenn ich noch nicht. Magonga-Gorgone. Magonga-Gorgone. Okay. Magonga. Magonga. Magonga-Gorgone. Magonga-Gonga. Ah, lululul. Wird sie mit Stumm belegt, kann sie keine Magie mehr einsetzen. Okay. Sowas gibt's also auch. Ist dann sogar schockanfällig direkt. Ich glaube, ich mach erst mal das Ding kaputt. Ich glaube, ich mach erst mal das Ding kaputt. Mach das, ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Wow 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 Let's go Looks like they're all slightly different colors Let's see, well, one of these Automatch-Torgans-Picture Hmmmm Äh Wer ist das da? Weil hier ist das Muster auch, genau Yes Yep, nailed it Und was ist mit dem Rest? Äh, ich schätze das lass ich jetzt einfach mal liegen Keine Ahnung Achso, wir müssen, ah, wir müssen dreimal Salz einsammeln Okay, verstehe Äh 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 Ah, ja, da Da ist noch eins Äh Äh, hier oben vielleicht Ich brauche Salz Oh ja, oh ja, oh ja Hier Let's go Let's go Okay Aber sind die auch hier? Aber sind die auch hier? Da Oh ja Wo ist denn der Hund da? Und? Kann der mich vielleicht führen? Äh. Pilzlagerraum. Okay. Das klingt doch gut. Ah. Warte, was? Ich verstehe die Quest gerade nicht. Ähm. Aufträge. Geheime Zutat. Okay. Magonga-Pilze solltest du finden, indem du dich auf dem Margon-Hügel auf den Geruch... Der Margon-Hügel. Der Margon-Hügel. Woher weiß ich denn jetzt, was hier der Hügel ist? Woher weiß ich denn jetzt, was hier der Hügel ist? Dann würde ich sagen, wir gehen erst mal hier hin, weil da ist ja auch noch eine Quest. Okay. Gut, dass ich noch mal nachgeguckt habe. Okay, das ist immer noch verschlossen. Okay. 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 Junge, was für ein Gejappe. Hallo? Oh, wow. Okay. Hier sieht es nach Waffen aus. Berecht mal alles Klonen. Okay. 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 Huh? Who are you? Huh? Whatever, I don't have time to- That arm, that magnificent arm. Es ist eine Waffe, aber wie funktioniert es? Ein Adapter Universel. Das ermöglicht dir die Waffe. Aber schau dir alle diese Schrauben. Warte, hast du dich herumschraubt die Dinge mit deinen Anwendungen gemacht? Äh, insofern. Insofern solltest du verschiedene Schrauben. Aber dieser Unigke Cylinder erzeugt eine unparallelte Schock-Absorption, erzeugt für eine High-Impact-Performance. Wer war das Genieus, der das gebaut hat? Ein altes Freund, glaube ich. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Oh, warte mal da! Eureka! Sorry, ich wurde weggebracht. Mein Name ist Izo. Ich habe versucht, das ultime Waffe zu kreieren, aber meine Töne haben alle verletzt. Aber dank dir, habe ich endlich einen Versuch gemacht. Ich muss die Inspiration, während ich kann. Bitte, helf mir, es zu bauen. Geh die Materialien, die ich brauche. Ultimative Waffe bauen, klingt gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber es scheint zu kreieren. Schau mal. Die Craftsmanship ist wunderschön. Wer hat es gemacht. Wer hat es gemacht, muss man ein Spezialist in einem völlig anderen Bereich. Ich bin von Junon aus, aber ich konnte da gar nicht mehr breathieren. Also habe ich entschieden, dass ich es alles hinterlassen habe. Ich schaue in der Suche, wo ich meine Weapons in Frieden gebaut habe. Und dann bin ich hier. Nicht ein schlechtes Ort, oder? Natürlich, die Materialien sind schwer zu kommen, wenn man hier in den Sticks leben kann. Ja, also ich finde es auch sehr clever, dass man in den Dschungel zieht, wo einen keiner findet. Da verkaufen sich die Waffen bestimmt besonders gut. Frustrierend, obwohl es so ist. Wie ein Weapon zu produzieren? Ich brauche das Vokabularium, um zu beschreiben. Also, wenn alles, was du brauchst, ist etwas Material, sicher. Warum nicht? Lass es uns. Wunderbar, danke. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe eine Mappe in meinem Storzsched, die du kannst, um zu finden, was ich brauche. Grab das, bevor du rausgehst. Und du solltest keine Probleme haben. Windische Zdirekt hoffn. Badoo Bi Dee Ba doop qua ... Holy Mist youri, Badoo Badoo Ba... で bah. B�bod bo. Bbo. Dabei. Du, 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 du. Open up. Drachenerz. Yo. Okay. Was ist denn für eine Schatzsuche? Drachenerz. Ob das was mit einem Drachen zu tun hat? Oh, warte, das ist doch direkt hier. Oh. Okay, also wir gehen hier rein. Und dann... Das ist lustig. Das finde ich cool. Dann nach links. Ah. Wir suchen irgendeine Art... Unten... Ah, da. Und da war ich ja auch schon. Grüß mich. So, genau. Und jetzt noch mal nach links. Warte. Warte. Ja, aber das ist doch... Moment. Ist das die falsche... Moment. Ist das die falsche... Okay. So, und dann das letzte ist... Ah ja, okay. Dass man hier irgendwo... ... auch klettert oder so? Ah, da ist ein Seil, ja. Oh. Ihr Flügel-Boys. Auf geht's. Ah, da ist ja so... Ah. 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 Ah, ah. 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 Danke, Herr Hoh, ha, ha. Hi Krüsseke. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Guckoo-gaga. Guckoo-gaga. Guckoo-gur-gur-gur-gur. Guckoo-gur-gur-gur-gur. Wieso spiele ich eigentlich nicht einfach mit ihr, die one-shottet eh alles. Bäm. Beste Waifu. Ich weiß, ich muss da hoch, aber ich will noch schnell die Sachen hier einsummen. Liebe, 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 Gnade, 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 Liebe. Hoch da. Warte, wir brauchen acht Stück. Warte, wir brauchen noch mehr zu finden. Drachenerz. Okay, also sprich, wir suchen diese blauen Dinger. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Let's go. Warte. Ist das alles? Es ist. Lass uns zurückkommen und schauen uns mit Iso. Nice. Okay, das wäre auch geschafft. Dann müssen wir noch die Hühner-Quest abgeben. Das habe ich irgendwie verpeilt. Warte. Oh, hast du gefunden? Duh, Duh, Duh. Duh, 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 Duh. Duh, 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 Duh. Hm. Ha ha ha. Ich verstehe, dass es deine Profession ist, aber... ...do du eigentlich das genutzt, das machen? Weapons? Natürlich genutzt ich es. Das ist, warum ich diesen Job選be. Außerdem, es ist der Wielder, der die wahrsten Wert der Anwendung eines Tools. Weapons, auch. Aye, das ist besonders wahr für Weapons. Hm. Das stimmt. Das hast du gut beobachtet, so. Ja, ja, ich habe es getan. Füße deine Augen auf meine Masterniveau. Meine Gelegenheit, ich versuchte. Ich bin in der Nähe von mir, dass ich mich sehr an jemand anderes erinnere. Ha ha, wie du es möchtest. Der Wielder verwendet die Wert der Anwendung des Tools, weißt du? Und mit Assoziation die Wert der Anwendung des Verkaufs. Deswegen, was ich in den Weltkrieg hervorrunde, depends on who you trust me with my weapons. Seine Gesichtszüge auch, so dieses leichte Schmunzeln, dieses überhebliche, von wegen, mir kann sowieso keiner was. Ja, ja, mhm. Ja. Ja, die Stelle, die Stelle war geil gemacht, also die hat mich direkt so so, die hat mich direkt richtig gepackt, weil... Das ist so eine dieser Sachen, die erwartest du halt gar nicht, irgendwie. Uh, Pfaffnir, Alter. Boah, die sieht krass aus. Hat Barron nicht vor kurzem erst eine neue Waffe bekommen? Schon wieder eine. Ja, das... Also wegen so Sachen, ich bin auch so gespannt, wie sich die Story letztendlich dann ausspielt, weil... Also erst mal finde ich es krass, wie nah sie doch am Original bleiben. Oh, das Fass war lustig. Und andererseits finde ich es geil, wie sie trotz dieser... ...extremen Anlehnung an das Original, an die Original-Story, ...dann trotzdem noch irgendeinen anderen Handlungsstrang irgendwie, quasi so, aufziehen. Der dich echt so überlegen lässt, Alter, was passiert jetzt als nächstes? Barret ist auch blau. Let's go. Barret. Pfaffnir. Jo, die sieht cool aus. Geschicklichkeitsbonus Gegner niederstrecken. Sehr gut. Bündet alle vollgeladenen Einheiten der ATB-Leiste zu einem vernichtenden Schuss. Uuuuh. Ja, das klingt doch... Das klingt doch lecker. Noch ein Slot mehr. Äh. Was hat er? Gewitter. Zerstörung, Versiegelung und die Buffs. Ja, ich meine, ich könnte ihm Luft noch geben. Oder ich gebe ihm noch eine Widerstandsmaterial. Was die anbelangt, sind wir bisher nur eine am Leveln. Oh, oder Ausdauer. Vielleicht gebe ich ihm Ausdauer. Wobei sich bei ihm ja fast Willenskraft mehr lohnen würde, weil er fast keine Magic hat. Ja, why not? Why not? Die hier sind sowieso gemaxed. Ich glaube, dann mache ich... Ich glaube, dann gebe ich ihm einfach beides hier. Dann gebe ich ihm Ausdauer auch noch. So, was kann man da reinmachen? Erhöht den Schaden von Feuerstoß. Erhöht den Schaden von Limits. Ich glaube, physische Attacke ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich habe nicht alles mitbekommen. Hatte Cloud schon einen ähnlichen Moment. Also, nicht seine... Nee, das war das erste Mal, dass er so richtig ausgetickt ist. Was wir schon öfter vorher beobachten konnten, war, dass Cloud sich so ein bisschen verhalten hat, wie diese anderen Sephiroth-Klone. Also, diese mit der Nummer da, diese Kapuzen-Leute, die Männer in Schwarz. Da hatten wir es teilweise, dass die halt irgendwie... Ich glaube, das war in Coral oder so, wo die irgendwie so von den Schienen einfach so nach unten gelaufen sind ins Wasser. Also, wirklich legit einfach so wie so Lemmings einfach so ins Wasser gelaufen sind. Und Cloud war auch kurz davor, das genauso zu machen wie die. Und er wurde dann gerade noch so an der Schulter gepackt. Also, wir hatten auf jeden Fall schon öfter gesehen, dass er anscheinend auch manipuliert wird. So ähnlich wie die Typen. Wir haben aber noch nie so eine krasse Sephiroth-Synchro gesehen, wie bei diesem einen Vorfall da im Reaktor letztes Mal. Feuerstoß mit... Ich glaube, ich mache Limit. Ah, ich sollte ihn noch in die Party holen. Damit wir das auch lernen. Eine Party mit Barrett. Barrett-Tiefe. Spielen wir mal wieder ein bisschen Avalanche. Sehr. Okay, das ist erledigt. Genau, die Hühner abgeben. Also, Hühner sind ja da, sondern die Quests abgeben. Hat man mal die Gesichter von denen gesehen, by the way? Ja. Ja, hat man. Die sehen aber auch alle ziemlich gleich aus und so. So ein bisschen Sephiroth-ähnlich auf jeden Fall. Zumindest glaube ich das zu sehen, dass die dem alle so ein bisschen ähnlich sind. Es würde halt auch... Von der Lore her wird es auch so ein ergeben. Ja, das wird später auch nochmal erklärt. Ich will es nicht zu sehr spoilern, wer diese Typen genau sind und wie die quasi entstanden sind. Aber das wird dann nachher alles aufgelöst, auch mit der Begründung, warum Cloud so... Ja, so strange ist. Lady Cockrocks. Ja. Die Game-Over-Musik. Das war die Game-Over-Musik im Original. Rest in Peace, Huhn. Rest in Peace. Red ist auch blau. Junge, alle sind blau. Alle außer den zwei neuen. Voll gut. Ich frage mich gerade... Ich frage mich auf... Ob Catchy... Und ja, den spricht man so aus. Ich finde es auch weird. Ich frage mich, ob er... Irgendwie anders ist. Weil er hat ja so ein ganz anderes Icon irgendwie. Also vielleicht geht mit ihm diese Affinity gar nicht so wie mit den anderen. Weil Yuffie hat ja genau so ein Smiley-Face wie die anderen Leute, aber er hat irgendwie so ein... So eine Katze mit einer Krone. I don't know. Vielleicht einfach nur special, weil er halt eine Katze mit Krone ist, aber ich weiß es nicht. Es könnte auch sein, dass der einfach nicht so... Nicht so levelt wie die. Äh, was haben wir jetzt noch? Ich meine, ich habe damit gar kein Problem. Ich meine, ich weiß ja, was passiert. Und ähm, also ich weiß natürlich nicht, was hier in Rebirth genau passieren wird, aber ich kenne ja das Original in- und auswendig. Und ich habe natürlich auch so meine Theorien. Aber... Ja. Hier ist alles ungewiss. Äh... Ach ja, wir müssen noch... Genau, wir müssen zu dem... Okay, ich erinnere mich. I remember. Genau, hier müssen wir hin. So. Und da geht es am besten hin, wenn ich wahrscheinlich einfach mal... hier hingehe. Ne, ich finde es auch ganz cool, wenn die Leute so ein bisschen, äh, Theory craften. Was natürlich kacki wäre, wäre, wenn irgendjemand reinkommt und sagt, ja, ich habe schon gespielt und das hier passiert. Höhöh, finde ich voll krass. Das wollen wir natürlich nicht, aber... Leute, die genauso wenig Ahnung haben, was hier genau passieren wird, wie ich, die dürfen gerne, die dürfen gerne Theory craften. Sephiroth ist Clouds Vater. Ja. Clouds, I am your father. Nooo. Aber wir haben bisher nur Clouds Mutter kennengelernt. Der Vater war nie da. Höhöh. Muss sein, was Torgen gesprochen hat. Aber wir brauchen einen Chocobo, um zu suchen. Chocobro? Oh, okay. Boing. Boing. Der hat das von da hinten gerochen? Krasser Typ. Behold. Behold. Just gotta be very careful. Daddy Roth. Oh Gott, was? In Minigame? Oh, fuck. Äh, vorsichtig in die Richtung ziehen, in der er am wenigsten Widerstand zeigt. Huh? Okay. Also so. Also so. Untertitelung. BR 2018 Hallo. So. So. Also hier, genau Hier gibt er ja am meisten nach Also muss ich nach oben rausziehen Hä, bin ich gerade doof? Ich bin gerade da, bin ich gerade da Es ist unterschiedlich, wenn ich anfange, also oft so zwischen, oft so zwischen 14 und 15 Uhr, heute war es ein bisschen spät, heute war es so um 16 Uhr, ist unterschiedlich. Aber ich poste auch immer, ich poste immer auf Twitter und ich poste in meinem Discord immer, wenn ich live gehe, eigentlich sollte, eigentlich sollte Twitch das ja auch machen, aber vielleicht sind die wieder doof, vielleicht spinnt bei denen wieder was. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und du überlegst dir auch zu Distant Worlds zu gehen? Oh. Ja, also wir sind auf jeden Fall da, also ich bin da, Fussel ist da und ich glaube so drei andere Leute oder so, die er halt aus FFXIV kennt, die manchmal auch hier im Stream sind, glaube ich, die kommen auch mit. Also du kannst dich da gerne bei uns ranheften irgendwie, falls du Bock hast. Ich verstehe legit nicht, versteht irgendjemand, wie das hier funktionieren soll? Ich bin echt zu doof dafür. Ich gebe es auch gerne zu, ich verstehe nicht ganz, was die von mir wollen. Also da steht ja, ich muss ihn vorsichtig in die Richtung neigen, in der er am wenigsten Widerstand zeigt. Also muss ich, muss ich vielleicht, Moment, also hier ist ja der größte Widerstand. Muss ich dann hier vielleicht ganz nach vorne? Und, und hier nur so ein bisschen? Wollen sie es vielleicht so? Es kommt auf den Widerstand von R2 an? Boah, Junge, das ist. Was mich halt verwirrt, ist, dass ich drei Sachen einloggen muss. Neige ihn in die Richtung, in der er am wenigsten Widerstand zeigt. Ja, also am meisten Widerstand ist hier. Das heißt, am wenigsten Widerstand wäre doch dann logischerweise hier. Oder? Und was wollen die jetzt bitte, dass ich hier einlogge? Also. Ich, ich versuche es halt zu entschlüsseln anhand des Videos da oben rechts. Aber der lockt halt zum Beispiel, guck mal, der, im Video locken die das halt so ein, so und dann so. Warum? I don't get it. Rechts unten ist am leichtesten. Ach, ist das, ach so. Hier, oder? Weil er hier auch so ein bisschen. Weil hier zittert der auch so ein bisschen. Aber auch nur kurz. Spür den Widerstand. Ich habe es probiert, aber ich spüre fast keinen Unterschied, ganz ehrlich. Ja, okay. Also wenn ich ganz vorsichtig so, okay. Ich glaube ich, so langsam entwickle ich ein Gefühl, glaube ich. Ich glaube, ja, also ich tippe nur, Moment, ich zeige das mal kurz mit dem Controller hier. Ich tippe da so ganz leicht drauf, so ganz oft und ganz leicht. Wenn ich ganz runter drücke, dann, dann merkst du fast keinen Unterschied irgendwie. Aber wenn du halt so leicht drückst, merkst du, dass hier, hier ist, hier ist am wenigsten. So, okay. Also ich schätze, das logge ich jetzt ein. Und dann, dann was? Dann muss ich wieder testen, was hier am geringsten ist, oder wie? Ich würde es halt locker verstehen, wenn es halt nur, wenn ich nur eine Richtung einloggen muss. Nämlich die Richtung, wo er am wenigsten Widerstand hat. Aber die wollen ja, dass ich drei einlogge. Also was mache ich jetzt als zweites? Oder ist das sogar egal, ob ich jetzt einfach, also hauptsache die Reihenfolge stimmt. Muss ich das gar nicht so perfekt machen? Weil hier ist halt alles, hier ist alles relativ stabil. Ich mache jetzt mal einfach so. Und hier oben ist sowieso, hier oben ist fest. Das sieht man ja auch schon am Pilz. Da wird auch nichts lockerer jetzt. Das kommt nur auf das Drittel an? Okay. Ah, okay. Okay, dann ist es ja, dann ist es ja gar nicht so wild. Alter, ich habe mich da echt ziemlich dumm dran gestellt. Das gebe ich gerne zu. Ich habe das, ich habe das nicht gecheckt, wie die das genau machen. Ich dachte, ich muss halt nur so eine Richtung erstmal ziehen. So quasi, wo der am wenigsten Widerstand hat. Wobei ich am Anfang noch verpeilt habe und habe die mit dem meisten Widerstand genommen. Aber ja, okay. Jetzt ist aber klar, okay. Jetzt wird es easy. First Try ist beim nächsten Mal versprochen. First Try. Ich muss mich jetzt... Das wird jetzt mal in meiner... Eine Redemption hier. Redemption Arc. Ja, ich finde die Beschreibung auch nicht unbedingt so gut. Also ich finde, die sollten halt wirklich noch darauf eingehen, dass du halt drei verschiedene Sachen machen musst. Es kann sein, dass das im Deutschen vielleicht einfach nur ein bisschen doof übersetzt ist. Dass es im Englischen besser ist. Ah, der ist doch auch was Blaues. Du hast den Video... Warte, die werden noch schwerer? Ah, fuck. Okay, wir probieren es ohne Video. Oh, ne. Wahrscheinlich werden die Unterschiede immer weniger. Oh, das ist doch nicht. Ich weiß, ich treffe ihn nicht. Ich versuche, meine ATB vollzukriegen. Ich will nämlich mal die neue Fertigkeit hier ausprobieren. Give him half. After you. Okay, let it go. Get down. A-ha. I'm coming for you. What the f- Äh, okay. Okay, ist anscheinend nicht so long range. See ya. Können wir eigentlich die Leute aus der Reserve benutzen, um mich zu heilen? Jo. Ist ja nice. Okay, Leute. Versuch zwei. Okay, mit Gefühl. Mit Gefühl. Oh Gott, es gibt vier. Ich glaube, das ist eins. Ich glaube, das ist zwei. Drei, vier. Sensational picking, Mr. Merc. Let's go. One more to go. Let's use the Chocobos to find the last mushroom. Redemption Arc. Redemption Arc. Scheinlich da hoch, oder? Oh. Äh. Mal runter. Ich glaube, ich hätte da nicht runtergesollt. Shit. Ah. Ah. Aber kein Problem, denn es geht sicher wieder irgendwo hoch. Nämlich hier. Mal runter. Wait. Oh. Schnüffel, schnüffel! 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 Ähm, mit dem Pilz wahrscheinlich. Aber dazu muss ich halt auch nach oben. Oh, das... Das ist ein Mokri-Haus. Ich werde mal wieder extrem geside-trackt hier. Oh boy. Die Mokri-Kinder treiben es inzwischen noch bunter. Nun gibt es sogar eine Zeitbegrenzung. Ah, fuck. Schabernack-Stufe 5. Es geht ja schon mal gut los. Nein, geh rein! Nein, geh rein! Geh rein! Junge! Bitte was? Oh, war das eine Banane? Ist das der Bananentyp? Oh, sch... Oh, sch... Ach... Oh, sch... Come hier! Oh, sch... Come hier! Go, go, go. Ich will es uns noch. Mach keinen Scheiß. Geh da rein jetzt. Nein. Der Schabernack ist riesig. Der Schabernack ist gigantisch. Extremer Schabernack. Okay, 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 okay. Ist das der letzte? Ja, okay, okay, okay. Oh, scheiße. Hallo, Kerne. Kupo, Kupo. Add every sentence with Kupo. Okay, Kupo. Mach ich, Kupo. Can't catch me. Kupo, nein! Oh, diese Mistfächer, Kupo. Nein, nicht. Was? Nein! Die machen keinen Easy Journalist Mode. Nein, Kupo. Was ist das denn hier? Die Journalist Kupo Mode, Kupo. Fange ich jetzt einfach mal mit dem hier an. Kupo, 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 Kupo. KuPoKu! Hm? How about this? Oh, ich dachte schon, das hätte mich getroffen gerade. Warte! 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 Mindestens ein DLC sollte schon Ende des Jahres kommen? Schon! Das dauert noch eine Weile leider. Aber coole News, coole News. Wir merken es uns vor. Okay, ich dachte, das hätte mich erwischt. Weißt du schon, was mit VR ist? Ist das jetzt draußen eigentlich? Weil das wäre ja auch irgendwie verzögert oder so. Oh Gott! Geh rein. Okay. Nur noch die Bomben, Heini. Geh rein! Geh rein! Geh rein! Du bist ein Lebenssicherer, KuPo! Oh! In vier Tagen kommt es wirklich. Hoffentlich, ja. Cool. Du hattest eine VR, ne? Also du müsstest wahrscheinlich da direkt zocken. Ja, KuPo? After Mog und Mag haben das sehr erste Mughal-Emporium erstellt. Nachdem? Seine sieben Kinder fiel auf, um die Branchen in der ganzen Welt zu öffnen, KuPo. Oh. Ich wünschte, mein Mughal hätte eine Seite aus dem Buch. Ich glaubte, mich zu erinnern, dass du sowas erwähnt hattest. Over here! Over here! Please shop to your heart's content, KuPo! Was haben die denn Neues? Haben die irgendwas Cooles? Oh. Neue Waffenbücher. Let's go, lele, let's go, go. Komm wieder! Ähm. Was wollte ich am machen? Achso, ich wollte das Zeug erschnüffeln, ja. True. Genau, und dazu musste ich nach oben wieder. Und ich weiß nicht, wie ich hochkomme. Chat, wie komme ich hoch? Chat, wo ist hier ein Pilz? Ich brauche einen Pilz zum Hochspringen. Da hinten ist ein Pilz, aber der geht irgendwo ganz anders hin. Wobei. Wobei. Wait a sec. Ah shit. Ich dachte, der springt vielleicht weiter direkt. Da vorne ist ein Pilz. Aber der ist zu hoch. Genau, ich müsste, ich müsste hoch. Da kann ich da an der Seite vielleicht einfach hoch springen. Moment. Das sind nämlich so ein paar... Komm ich da hoch? Oh, let's go. Okay, okay. So, jetzt keinen Fehler machen. Da hinten ist ein Turm. Wäre natürlich toll, den zu haben. Aber... Scheiße, das ist halt da drüben. Gleich wäre es doch cleverer, wenn ich den Turm schnell mache. Ja, komm. Au. Au. Das ist es. Du bist meine. Du bist nicht. All set. Wir müssen es aufbauen. Warte, ich muss näher ran. Warte, ich muss näher ran. Nein, nicht umbringen. Ich will doch... Mann, tiefer. Äh... Warte. Ich will doch mal rum. Halt! Wahnsinn. Wir haben doch... Aufbauen! Das wird rauskommen. Wir haben keine Überraschung. Die zwei, die zwei machen viel zu viel Damage. Barret kommt nicht dazu, irgendwas umzubringen. Das ist ja auch lustig. Wir klettern nach ganz oben, um dann letztendlich wieder nach ganz unten zu klettern. Einmal Schalter bitte. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, wir müssen, wir müssen da hoch. Wie kommen wir da hoch? Ähm, ja cool, aber eigentlich wollte ich ja hier nicht hin. Egal, eigentlich ist das ja das Beste, wenn man irgendwas probiert zu machen und nebenbei findet man die ganze Zeit andere Dinge. Besser könnte es ja eigentlich gar nicht laufen. Oh, ich habe vergessen Kupo zu sagen Kupo. Dann hole ich das nochmal nach Kupo. Aus irgendeinem Grund habe ich nach diesem Kupo Haus, äh Mokri Haus, nicht mehr Kupo gesagt Kupo. Vielleicht war das ähm so unterbewusst. Irgendeine Rebellion Kupo. Oh mein Gott, das ist echt verworren hier Kupo. In diesem Jungle Kupo. Ist nicht so einfach hier zu navigieren Kupo. Okay, hier geht es auf jeden Fall nach oben Kupo. Fragezeichen Kupo? Fragezeichen Kupo? Fragezeichen Kupo? Ja, oh, okay, okay. Die Rettung Kupo. Vielleicht Kupo. Vielleicht, vielleicht muss ich ja von ganz da außen rumlaufen Kupo. Vielleicht muss ich ja wirklich hier hoch. Ja, okay, okay, Kupo. Okay, Kupo. 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 Rüber da, Kupo. Nein, nicht runter. Ach, fuck. Das war... Ich habe doch genau das gleiche vorhin gemacht. Ah, fuck. Fuck, Kupo. Fuck, Kupo. Nein, Kupo. Kupo. Ach. Hier muss es doch irgendwo hochgehen, Kupo. Gelddrohige? Oh. Kupo, 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 Kupo. Ja, nee, nee, das ist der Pilz, der bringt mich ins Wasser, oder? Oder? Nee. Ich weiß ja auch nicht mehr. Kupo, weiter, Kupo. Irgendwo muss es hier einen Weg darüber geben. Uh, 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 uh. Oh. Okay. Anscheinend können wir an diesen krassen, äh, Ästen da rumsliden. Und da rechts ist anscheinend eine Bank. Kupo. Okay, das ist schon mal gut. Dann kann ich nämlich, falls ich fehle, kann ich hier wieder einfach hin teleportieren. Kupo. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut, Kupo. Vielleicht ist da oben ja auch des Rätsels Lösung, Kupo. Okay. Moment. Wir entfernen uns wieder. Oh, hier ist ne... Ich finde alles. Ich finde alles außer dem, was ich eigentlich suche. Oh. Kupo. Ich werde wahnsinnig mal... Oh, Kupo. 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 so die Eingebung, dass das Ganze hier vielleicht weitaus easier ist, als ich denke. Und das Einzige, was ich tun muss, ist jetzt einfach im Kreis hier rumlaufen. Kupo. Und dann sehen wir, Kupo, das Kupo nämlich genau hier, Kupo. Genau hier, Kupo. Genau da, Kupo. Genau. Da, da. Da, Kupo. Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es, Chat. Da ist die Lösung. Gungaga, Kupo. Da, oder? Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das. Das ist es. Yes. 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 Okay. Okay. Oh. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier. So. Schnüffeln. Wo ist die Fährte? Okay. Jetzt lass mich raten. Das ist wahrscheinlich irgendwo, wo ich schon war. Der Schokobo war einfach zu dumm, das zu erkennen. Ja klar, ja klar, ja klar, natürlich. this. Oh. You're dead. Come on. Take the feet. I got this. You're up. Guess it's my turn. Ich mach gleich eine Party mit nur Tanks drin, damit Barrett eine realistische Chance hat, um hier irgendwas zu können. Alles klar, gute Glückwunsch! Warum jetzt? Willst du noch etwas? Lass mich das machen! Da, da, bringe es! Bingo! Mon gaga! Fühl die Luft! Es ist vorbei! Wer von uns hat denn überhaupt stumm? Hat das irgendwer? War das nicht sogar Barrett? Halt zurück! Let's go! Mon gaga! Oh Twitch Chat auch wieder am reconnecten? Wieso? Genau, er hat Versiegelung! Er hat Versiegelung! So, dann machen wir jetzt einfach hier Gebe ich ihr Versiegelung Dann macht sie die Viecher stumm Dann kann er sie töten Wo war ich? Schokobo Oh ne, da ist der Pritz! Da ist der Pritz! Ok! Ich bin gespannt! Sind es jetzt 5? Jep! Ich bin gespannt! Ah! Ich denke, du hast ein Zukunft in der Farbe! Das sollte es für die Muschröme sein! Jep! Sieht so aus, dass wir fertig sind! Lass... Dundun? Tja, jetzt ist die Frage... Gehe ich direkt zurück? Nee! Das wäre ja Waste of time! Hier! Guck mal! Wir sind in der Nähe von so viel Shit! Das sollten wir auch noch schnell mitnehmen! ... Ich bin gespannt! Ja! Die Frage tie-l. Jep! Wie soll ich als Name ausserden? Wie soll ich aufgekommen? Anyone want to check out that tower? Nope. Komm Barret, du schaffst es. Barret, ich glaub, ich glaub an nicht. Ich glaub an nicht. Barret. Barret. Jawoll. Endlich. Er hat es. Fertigkeit gemeißt. Oh mein Gott. Okay. Oh, Junge, ey. Boom, boom, boom. Okay, also ist das echt so ein... Du willst so nah ran wie möglich denken. Ja, okay. Boah, das macht, das macht richtig viel Schaden. Crazy. Vor allem für Barret halt. Gut, to be fair, das waren halt... Das waren zwei ATV-Balken. Nicht nur eine. Du hast hier noch eine Bank, ja? Okay. Ich hab Bock auf den Döner. What to do, what to do. So, das hier ist auch für Schoko, Bro. Schoko, Bro. Oh, ist das... Ah, okay. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man überhaupt auf den Turm raufkommt. Okay. Got it. Got it. Got it, got it. Got it. Got it. Geht, 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 geht. Es ist krass, wie groß dieser Dschungel ist. Ich würde sagen, wir machen hier so eine Kurve. Machen die Dinger dann schnell noch. Wahrscheinlich teleportiere ich dann einfach hier hin. Holen uns das schnell. Und dann... Auch wenn es ein bisschen strange ist, dann machen wir wahrscheinlich den Funkturm hier als allerletztes. Es kann aber gut sein, dass der uns auch gar nichts mehr Neues hier zeigt. So. Wie kommen wir denn am besten... Was ist das da überhaupt? Ruinen. Uh, nice. Das sind Hasen. Also, ich nehme mal an, dass hier ein Item versteckt ist. Jep. direkt vor meiner Nase. Close one. Ich glaube, ich sehe den Gegner schon da unten laufen. Der sieht ein bisschen special aus. Wo bist du denn hin? Ich sehe dich nicht. Wieso bist du denn in einem grünen Dschungel? Wo ist er? Da vorne ist er. Ja, wo ist die Bank? Da lang. Okay. Applaus. Vielen Dank. Ich weiß nicht wozu, aber danke. Oh. Oh. Oha. Also ich meine, wenn ich schon mal hier bin, können wir auch mal kurz hier reingucken. Was ist hier lang, ne? Wisst ihr, was das hier wahrscheinlich ist? Ich wette, hier führt so gegen Ende die Proto-Substanz-Quest hin. Das sieht nämlich viel zu special aus hier. Oh. Oder es führt einfach wieder zu dem Flugplatz hier. Oha. 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 Ja, ich mein, ja, ich mein, ich bin hier, ich bin hier, let's do it, aber vorher will ich nochmal gucken, ob das echt so ein alternativer Weg war oder ob das zufällig genau der Weg ist, denn ich hätte gehen sollen. Ne, hier geht's doch auch noch. Ja, hier ist der eigentliche Weg. Voll die, voll die merkwürdige alternative Route hier. Das bringt mich direkt ins nächste Gebiet. Das habe ich nämlich auch befürchtet, ja. Na gut, dann lasse ich das mal noch. Hier ist ja, hier ist ja auch direkt ein Schnellreisepunkt, also Körs. Da kommen wir schon wieder schnell hin. Schokobro. Schokobro. Bleib. Sehr widerspenstig, diese Type. Toffi, hey. Na, willkommen erstmal. Und vielen Dank für den Follow. Also, konntest du schon mit deiner, mit deiner besseren Hälfte reden? Hier ist noch eine Bank irgendwo. Wer hat denn hier in diesem Dschungel eigentlich die ganzen Bank hingestellt? Ist doch auch wild. Da lang? Okay. Ah, okay. Vielen Dank, kleiner Freund. Ich mach das direkt mal. Alles klar. Liebe Grüße an die Frau. So. Das wäre geschafft. So ein kleines Sprung-Ding. Oh, das uns anscheinend direkt... Guck mal da. Wir haben direkt so eine komische Kristallhöhle gefunden. Das hier ist definitiv die Region, wo ich am meisten Sachen einfach random finde. Aber ist ja auch irgendwie logisch, wenn das hier alles so weitflächig ist. Ich kann nicht mehr reden. So. Ach stimmt. Das Summon haben wir ja auch noch nicht gemacht. Döp, 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 döp. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Ist ja nur noch einer. So, okay, das wäre auch erledigt. Äh, lustig, der war hier eigentlich direkt neben dem Dorf. Ah. Äh. Schokobo. Die haben das aber echt gut gemacht mit dem Dschungel, finde ich. Es wirkt halt wirklich wie ein Dschungel, teilweise. Also teilweise musst du wirklich so überlegen, okay, wo komme ich hier überhaupt lang? Wie muss ich laufen? Und dass manches halt nur mit dem Schokobo erreichbar ist, das macht das natürlich nicht einfacher. Ah. So, ich glaube, hier geht's hoch zum Turm, jawohl. Sehr schön. Es ist auf jetzt. Sloppy. So, mal gucken, ob das reicht. Ich komme für dich! Ja! Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Das wird sicher lustig. So, was hatte ich ihm gegeben? Glut. Okay. Nice. Nice, nice, nice. So. Jetzt auf den Turm. Ich bin vor allem gespannt, Toffi. Ich werde dich so ausfragen, was genau diese Stories da mit Ella sind. Mann, das ist... Das ist so interessant einfach. Da gibt es bestimmt ganz, ganz schmutzige Geheimnisse, die... die ich unbedingt entlarven muss. Ein Gentleman schweigt und genießt. Pfeife! Hallihallo, ne? Bei dir auch alles fett? Wir sind hier gerade... am Dschungelbuch schreiben. Ja muss, ja muss. Ich sehe gerade zum ersten Mal, wie Red dieses Seil hochklettert. What the fuck? Hahahaha. Dass er überhaupt ein Seil hochklettern kann, Mann. So. Als nächstes. Eine Jagd. Das klingt doch gut. So. Ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Dein Ocarina-Of-Time-Madrogen- Youtube-Mask-Kombo-Randomizer-Run habe ich auch letztens beendet. Das heißt, da sind quasi beide Spiele so ein bisschen vermischt, oder? Also, dass du manchmal quasi so, ähm, quasi ganz dummes Beispiel, jetzt in irgendeinen Dungeon reingehst, dann ist es aber eigentlich ein Dungeon vom anderen Spiel. Ist das so? Ich kenne das als, ähm, ich kenne da so ein Ding für, und das klingt jetzt vielleicht ganz wild, Super Metroid und A Link to the Past. Was ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Spiele sind, aber es gibt tatsächlich so einen Combo-Randomizer, der beide Spiele miteinander verbindet. Das ist sehr, sehr interessant. Wir sind auch wieder Hasen, das heißt, da ist was versteckt. Haha. Miau. So, für die Jagd müsste ich da hochkommen, irgendwie. Oh, nee. Ein, ein neues Problem. Wie soll ich denn da hochkommen, jetzt? Wahrscheinlich mit den Pilzen hier. Nicht so ganz, die Eingänge waren jetzt nicht zufallsgeneriert, aber man konnte zwischen den Spielen im Maskenshop und im Uhren... Ah, okay. So ist das gemacht. Und man musste immer hin und her wechseln. Ja, ich finde, ich finde das saucool, so Dinge. Würde ich eventuell auch mal gerne machen, irgendwann. Da rechts hin. Maybe. Aha. Schafft. Ja, ich bin auch gerade am überlegen, also ich habe so in, ähm, ungefähr zwei Wochen oder so, habe ich, äh, mein sechsjähriges Jubiläum hier auf Twitch. Also zumindest mit Affiliate. Und, ähm, ich bin gerade am überlegen, was ich dafür mache. Ich würde gerne irgendwas Besonderes machen. Und ich bin auch am überlegen, ob ich irgendwas mit Zelda mache. So, momentan ist meine Hauptidee, dass ich da irgendwas mache mit, äh, mit so Crowd Control. Also, dass quasi der Chat irgendwie so, so Channel Points einlösen kann oder Bits oder so. Und, ähm, dann quasi, ja, entweder mir Sachen, ne, weil irgendwas helfen kann oder mich halt behindern kann. Das wollte ich schon lange mal machen. Ich glaube, das würde sich sehr gut treffen dafür. Das würde ziemlich gut passen. Das ist keine Lust. Ja, ne? Ich denke auch. Und ich dachte halt, ob ich das irgendwie auch verbinde mit so ein bisschen, ähm... Was ich auch schon länger geplant habe, ist so ein Zelda-Marathon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das beides direkt zusammenlegen würde. Und vor allem weiß ich nicht, ob ich den Marathon wirklich so eins nach dem anderen machen würde. Vielleicht so die ersten paar Spiele. Aber definitiv nicht alle. Aber halt so, ich würde halt gerne nochmal so Zelda 1, ne, von damals. Von 86, meinem Geburtsjahr. Zelda 1, vielleicht mit Crowd Control. Dann Zelda 2. Wahrscheinlich das schwerste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und, ähm... A Link to the Past auf jeden Fall auch noch mit dabei, weil das auch super ist. Und dann muss ich mal gucken, ob ich da noch... Weitermache, ob die Leute das noch aushalten oder so. Aber... Das würde ich gerne mal machen. Weil so Ocarina of Time und so sieht man hier ja oft genug auf Twitch. Aber ich dachte so nochmal, die Ursprünge... Die Ursprünge vom Franchise oder so... Auf so ein bisschen lustige Weise nochmal an die Leute bringen. Das wäre ganz cool. Ja, eben. Die Leute müssen ja auch mal ihre Kanalpunkte benutzen, ne. Eben, eben. Zwei ist... Zwei ist brutal. Zwei ist eines dieser Spiele von damals. Wo sich die Entwickler meiner Meinung nach legit gedacht haben... Ja, okay. Bringen die Leute dazu... Hier diesen Lösungsberater zu kaufen. Oder halt... Unser komisches Nintendo Magazin, wo quasi die Lösungen drinstehen. Weil es ist teilweise... Es ist teilweise so komisch. Was du halt machen musst, auch um weiterzukommen. Okay. Schockanfällig und Schock haben wir geschafft. Dann jetzt einfach nur noch killen. Schwach gegen Feuer. Machst du ein Feuerchen auf den bitte, meine Liebe? Vielen Dank. Du lässt mich einfach dabben? Bitte nicht. Bitte keine Dabs. Wir hatten schon so viele Dabs. Das war eine sehr beeindruckende Show. So beeindruckend, dass ich ein neues Combat-Trial für dich verabschiedet habe. Und ich war in charge, um seine Herausforderung zu kaltieren. Wir... Okay, ihr zwei. Das ist toll. Gucken wir uns nachher an bestimmt. Hm. So. Nächste Station. Jagd Nummer 4. Und aus. Ja, Zelda 2. Ich glaube, Zelda 2 wird ein Erlebnis. Vor allem für die Leute, die es noch nie vorher gesehen haben. Weil das Spiel ist ja wirklich... Das hat ja auch so mit den modernen Zelda-Sachen hat das ja gar nichts zu tun. Bei Zelda 1 siehst du auf jeden Fall noch so... Ja, okay, das... Ja. Das sieht definitiv aus wie ein Zelda. Aber Zelda 2... Das ist ja so anders. Allein schon, dass die, dass die Battlescreens, dass die quasi 2D sind. Das ist... Das ist nicht mein Zelda. Dann ist der ja doch die Jagd. Okay. Ich wusste doch, der hat eine komische Farbe. Das ist wahrscheinlich die Jagd. Es ist wirklich so. Also ich werde mich auch nicht dafür schämen, wenn ich das im Stream spiele, dass ich mir nebenbei auch nochmal so einen kleinen Walkthrough, so stichwortartig daneben lege, weil anders ist das Spiel wirklich nicht zu spielen. Vor allem nicht auf nur unterhaltsamen Beweise, weil wir würden dann wirklich so ewig da rumirren und gucken, was man machen muss. Ich weiß noch ganz genau, es gab so eine Stelle. Es gab so eine Stelle, da musstest du einen ganz bestimmten Zauber an einer ganz bestimmten Stelle benutzen und es gibt keinen Hinweis dafür. Du musst es irgendwie wissen. Also ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht mehr viel darüber, aber ich weiß noch, wie crazy das war damals. Oh. Feuer. Steck im Mittelpest. Dann mach du auch noch maschinen Feuer. Dann mach du dich. Du hast es unter Kontrolle. Mit mir. Los geht's. Ich weiß es nicht. Los geht's. Es geht voran. Wir kriegen auf jeden Fall heute noch die Region hier fertig. Da bin ich mir schon mal ziemlich sicher. So viel ist es ja auch. Es kommt halt darauf an, wie lang diese Proto-Substanz-Quests da sind. Habe ich ja noch keine gemacht von. Zum Eigenschutz habe ich Zelda 2 verdrängt. Ja, es ist... Zelda 2 ist Hardcore. Ich habe das auch schon öfter erzählt hier, aber jedes Mal, wenn zu mir jemand sagt, so ein moderner Gamer, ja, Dark Souls, Mann, das krasseste, schwerste Spiel, was ich jemals gespielt habe, du. Da muss ich immer lachen. Ich muss immer lachen. Ich muss immer lachen und ich denke an Zelda 2. Das waren noch ganz andere Zeiten. Ah, Moment. Lass uns hier bitte nichts Falsches machen. Die Jagd ist in die Richtung. Wenn ich jetzt da runtergehe... Ich glaube hier lang. Oh, der Morbo. Das ist der Morbo, Leute. Final Fantasy Klassiker. Das ist der Klassiker. Wir sind nach dem Great Marlboros Domain. Ich bin sicher, dass du von Virola ausgerollt hast. Oh, Faktorie Risiko. Ja, du brauchst wirklich ein Walkthrough. Es geht irgendwie nicht anders. Also, klar geht es anders, aber du würdest wahrscheinlich Monate daran sitzen, bis du bestimmte Sachen findest. Wenn ich euch das dann live zeige, dann wird das auch nochmal echt ulkig, weil... Ja, es war crazy. Ach, das ist schon... Warte, das ist schon der krasse Gegner? Aber hier ist doch noch... Oh. Okay. Achso, ich dachte den geheimen Gegner kann man immer erst herausfordern, wenn man die ganzen anderen schon besiegt hat. Ah, Today I learned. Okay. Habe mich geirrt. Na dann. Ich meine, es ist ein Morbo. Wir wissen, er hat bad breath. Er will uns anspucken. Anatmen mit seiner Scheiße. Er ist wahrscheinlich schwach gegen Feuer. Oh Gott. Oh, er ist schwach. Achso, er ist schwach gegen Eis. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dieses groteske Ungeheuer aus den Wäldern Gongagas hat unzählige Tentakel, die aus seinem Kopf heraus wachsen. Sein riesiger Schlund stößt wahlweise eine ätzende Flüssigkeit oder einen beißenden Atem aus. Der Kontakt mit Marco hat es größer, hässlicher und stinkender gemacht. Genau wie wir, Chad. Zerstöre das Maul dieses Morbuls, um schnell seine Schockleiste zu füllen und zu verhindern, dass er schlechter Atem einsetzt. Achtung, sein Atem wird immer schlimmer, wenn du das Maul nicht funktionsunfähig machst. Sein Maul regeneriert sich innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Okay. Oh Gott. Das ist ein Bad Breath. Aber er strö Armor gab es eine Aus launchen. Ich würde nicht! was ich tun kann. Dieser ist für dich! Stopp ihn! Das ist es, nicht! Rottenschlechter Atem? Okay. Versuch es, es zu benutzen! Wir können das Maul angreifen. Let's go. Äh, okay. Oh, was? Was? Ich wusste nicht, dass die so lange da... Der Atem bleibt ja ewig da. Ah, shit. Äh. 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 Komm schon. Komm schon, wir können es tun. Einen mehr Schuss! Schau ihn! Schau ihn! Schau ihn! Für mich? Boah, ich habe auch nichts mehr üblich, ey. Scheiße! Die anderen sind halt auch so im Arsch jetzt. Mampf, Mampf! Mampf, Mampf! Das ist für dich! Äh. Mampf, Mampf! Das ist nicht gut. Und, catch! Einen mehr Schuss! Das ist es! Das ist für dich! Äh. Oh nein! Was soll ich machen? Ich... Ich will, dass er geschockt ist. Schau ihn! Schau ihn! Hier kommt er! Einen mehr Schuss! Schau ihn! Und Sam? Schau ihn! Erstmal das hier. So. Cloud. Mein guter. Ähm. Ich glaube, du solltest dich auf jeden Fall... heilen. Oder er macht... Scheiß drauf. Scheiß drauf. Voll drauf. Lässt! Exatamente! Schau ihn! Komm. Entschuldigung, du solltest dich? Mach. Hör dich! Nö. Ich würde doch einfachen. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist für dich! Und das könnte es sein. Scheiße. Ich benutze mal so einen Mix Superdrang. Die benutze ich eh viel zu selten, die Dinger. Garmo? Uh, nee, dann, okay, warte, dann mache ich mit ihr. Dann mache ich mit ihr Phönix. Ich habe sterben, um dich zu sehen. Was passiert denn hier überhaupt? Ich sehe nichts mehr. Ich stehe gegen dich. Hier kommt es. Oh Gott. Es ist okay. Häng in da. Äh, ja, Aerith ist anscheinend so gut wie tot. Ey, scheiße, ich mache jetzt... Ich mache, ich mache Erzengel auf. Red. Ich sehe... Hier ist alles voll gespuckt mit Scheiße. Ahhhh. Okay, das ist jetzt nochmal ein fetter Heal. Sehr schön. Komm her! Komm her! Häng auf! So, er klaut. Schnell ein Engel. Auf unserem Engel. Okay. Es ist auf dich. Folle meinen Weg. Mampf, Mampf. Nein. Stinkmaul. Ach, der macht das zweimal. Nein. Nicht schon wieder. Ich guck ihn aus. Ich guck ihn aus. Sehr schlechter Atem. Da ist er wieder. Dann mach ihn wieder. Jawohl. Boah, stressig. Der war gut umgesetzt, der Morbowl. Den fand ich gut. Der hatte direkt diesen Morbowl Nostalgiefaktor. Back to the jungle. Der war. Der war gut. Der hat uns ganz schön zugesetzt. I'm not gonna lie. Lass doch mal gucken, ob ich nicht schon irgendwas habe, was ich mit seinem Item craften kann. Hm. Nee. Tatsächlich habe ich das noch nicht. Okay. So. Ach ja, hier wollte ich ja gar nicht hin. Wie komme ich denn da hin? Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hinkommen soll. Warte, vielleicht hier durch. Durch diese Ruinen hier. Das könnte sein. Okay, wir machen mal ganz schnell einen Abstecher nach Gungaga. 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 Warum ein Kissen verschwenden, wenn ich einfach hier übernachten kann? Gungaga. Willkommen zu Gungaga, wo du den Kissen hast. Gungaga. Was willst du von mir? Mehr Wasser? Ist das es? Kallend Feuer! So. Alles okay bei dir in der Köche? Das erinnert mich an den Koch-Stream bei Lotte. Oder Bug-Stream, besser gesagt. Oh. Gleich ist ein Finger ab. Hm, das sieht aber lecker aus. Aber wie Sie sehen, ich bin ein Schmerziger. Es ist immer so einfach wie du denkst. Ich habe das richtig. Ich habe es nicht gelernt, dass ich zurück in Midgar gelernt habe. Die Firma hat uns alle unsere Hälfte gegeben. Es schmeckt, aber ich weiß nicht, wie ich die Sachen schmerzen habe. Das ist schlecht, oder? Aber was ist das Blombberry? Blombberry? Was, wie die Militärer rations? Ja, die... Entschuldigung, das ist wirklich nicht wichtig. Was ist wichtig ist das Suppe. Das Suppe! Zeit für den Tastung! Wow, da. Vielleicht wollen es cool. Genau. Oops. Das ist ziemlich gut. Es ist perfekt. Absolut perfekt. Ich weiß nur, dass die Pferde es lieben. Großartig! Was ist denn bitte das für eine Ecke in der Küche? Hier liegen einfach Hanteln rum. Hier ist ein riesiges Gewehr. Hier ist ein Sandsack. Und da sind Wurfstörne. Hm. Well. Alles, was man zum Kochen braucht. So, wir sind wieder fit. So, ansonsten gab es hier auch keine Quest mehr, soweit ich weiß. Das ist die G.Y.C. Er erinnert euch, dass... Nicht vergessen zu versuchen. Cool. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch... ...hier unten so die letzten paar Sachen machen. Sprich, das Ding hier finden. Ich gehe mal nochmal zu diesem... ...Ort hier. Und dann probieren wir einfach mal nach Südwesten zu gehen von hier aus. Ist das nicht sogar einfach die Treppen hier hoch? Warte mal. Ja, doch. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich in die Richtung. Mitten in die Ruinen. Oh. Perfekt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh. Die Waldruinen. Die Waldruinen. Eins. Eines. Megaspray. Und zwei. Du wachst hier. Ah, okay. Das war auf jeden Fall mal gut versteckt hier. Das war auf jeden Fall. Du wachst hier. Du wachst hier. Du wachst hier. Du, 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 du. Du wachst hier. Du wachst hier. Is quite pleased to have joined your cause. Ah, though you have yet to obtain the requisite materia, as I recall, you'll first need to confront the Divine via the combat simulator. So, als nächstes hier unten der Fotospot. Das sollte jetzt kein großes Problem sein. Das ist da einfach so an der Küste. Ja, da vorne. Ja, ist das Schild. Das ist diesmal aber, naja. Nicht so die atemberaubende Location, finde ich. So, und nun muss ich wieder hoch? Vielleicht bin ich hier auch genau richtig. Ja. Okay, cool. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. äh Warte, was? Ist das unter mir? Ähm... Ähm... Ja, klaut, klaut. Oh da. Oh, er liegt hier. Good one. Eigentlich ist das, das ist eine ganz kleine Location. Oder ist das eine? Einer fehlt noch. Blind? Das ist eine Treppe? Da ist eine Treppe. Da ist eine Treppe. Aber du meintest wahrscheinlich vorher zum runter gehen. Was ist denn hier? Der letzte Schatz. Schatz, 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 Schatz. Hier kann es nicht sein, weil... Ah ne, Moment. Doch, okay, das hier gehört auch noch dazu. Ah, okay. Aha! Nein. Okay. Okay. Ooh. Confirming personal data, ID GAI 224. Affiliation, General Affairs, Auditing, Subclassification, Turks. Welcome to the Turd Street, so... As you'll know, our duties often require that we enter into high-risk situations. Failure is tantamount to death. Even here, act as though your lives are on the line. Without further ado, I'll bring you on your mission. KOMS-Bailey wurde verabschiedet von Armed Insurgents, die Hordes von Fienden überraschend die Stadt verabschieden. Der Militär ist aufsicht. Der Krieg ist aufsicht. Der Krieg nutzt das Chaos, um eine Füthold zu entwickeln. Unsere Mission ist, um ihre Leiter zu verabschieden und zu verabschieden sie so schnell wie möglich. Dieser Übrige beginnt so schnell wie Sie bereit sind. Good luck! They were fainted best, but I did pick up protorelic readings during that mission briefing just now. So, in other words? In other words? To secure it, you need only late ways to your simulated enemies. Ich meine, es ist nur ein Kampf. Wie schlimm kann das schon sein, oder? Was ist das denn hier, hm? Was ist das hier für ein Billowshit? Es ist unter unserem Niveau. Es ist unter unserem Niveau. Es ist unter unserem Niveau. Manage zu breit durch die Militär barrikade. Requestieren Backup. Oh no. Backup. Wir brauchen Backup. Deal mit dem. Hier geht's. Let's get serious. It's your turn. Not that it. Keep it together. My turn. Not looking good. Now. I'll show you what I can do. Someone looks kind of shaky. Another. Get him. You'll see. Why don't you leave the way? I'll have my team. This is going to hurt. One more. It's likely that this is the leader's last line of defense. He must be close. Don't let him escape. Come, Red. Jetzt sind wir kein Frosch. I'll take care of him. I'll take care of him. Sorry about that. It's kind of hot. Cloud. On it. This one's for you. I'll start hacking out. Need to heal up. I won't give up. That's it. Let's switch it up. I'm coming. I'll keep my distance, if I were you. Mind tracking off a bit. Joa. Ist die ganze Proto-Substanz-Quest in der Region? Einfach nur kämpfen? Das wäre ja mal gechillt. Very good work today, partner. Mission complete. There is room for improvement. But you performed adequately. The insurgent leader became radicalized against Shibra, following an incident that was eight years ago. Egal, egal was sie eigentlich getan haben, vorher wurde schon aufgenommen. Ja, Verbesserungspotenzial. And it is our job to remove these seeds of trouble before they take root. This facility will enter power saving mode. Once you have retrieved your provisions, proceed to the next location. Oh. I've made an incredible discovery. Wow. That the Proto-Relic? Wow, the image is still quite unstable. The implication is staggering. The Proto-Relic has been digitized and stored within the simulation. Digimon. Can we get it out? Without more data, I can't say for certain. Let's head to the next facility. I'll continue my analysis there. Digimon. Digital Monsters. Azurblauer Trache. Oh, da oben? Oh, ja. Okay. They really have no idea, do they? Hit Shinra's own fault. I'm going to get rid of it now. That is my equipment. What goes around, comes around. As it should... Three fucking Megasprays. I had a bit more expected from my job by Shinra. Stuart, da jetzt links? Ah. Aziz. Pick, pick. Pick, pick. Ganz marackt. Ich nehme mal an, wir gehen da runter. Ja, das ist wie immer sehr interessant, Mai. Ach, das ist so ein Vieh, okay. Okay, warten bis die Hinterhauten machen und dann, bam. Hinterhauten, bam. So, es müsste doch jetzt noch so ein Bossgegner geben, oder? Ja. Oder auch nicht? War der Morbul, war der Morbul wirklich der Boss hier? Ich finde es halt ein bisschen verrückt, weil das war ja im Prinzip... Ja gut, wobei, das ist Jagd. Hä, Moment, hier ist doch sowieso noch eine Jagd. Okay, stimmt, okay, da ist noch eine. Da ist noch eine. Ah. Ähm. Ich glaube, wir kommen von hier. Ja, okay. Man, ich renne die ganze Zeit gegen Bäume. Wo habe ich eigentlich meinen Schokobo-Führerschein gemacht? Genau. Genau, und hier vielleicht einfach den Fluss lang? Oh, da ist anscheinend auch noch mehr. Eine Quelle ist da auch. Ne, Quatsch. Ich gehe ja zur Quelle. Sollen wir diesen Schokobo-Führerschein aussehen? Aha. Nein, Barrett. Weißt du, Barrett, wir sind hier. Wir wollen das aber nicht angucken. Das ist... Ne, das ist eine ganz schlechte Idee. Das machen wir nicht. Bling, blong. Bling, blong. Bling, bling, bling. Ich hole mir ganz flott was zu trinken. Oh, Synthese. Oh, das ist eine große Idee. Oh, das ist ein Schokobo-Führerschein. Das ist ein Schokobo-Führerschein. Wenn meine Sprache richtig ist, diese mysteriöse Strukturen predate sogar die Republik. Oh, mein Gott. Was ist ein Schokobo. Oh, das ist ein Schokobo-Führer. Amen. So, ich hörte neue Synthese-Chips. Ach. Okay. Da waren wir ja schon. Und ich nehme mal an. Dass ich hierhin am schnellsten komme. Durch. Äh. Ja, wo durch eigentlich? Von hier vielleicht? Oh, shit. Ah, ja. Das ist nicht richtig. Okay. Hier lang? Ah, nee. Hier ist ja die Quelle. Fuck. Ich glaube, ich bin hier total falsch. Vielleicht vom Funkturm hier aus? Wir können auch zuerst da oben hingehen. Oh, du bist ja auch Mist. Mal gucken. So, da lang? Oder? Ja. Ah. Wobei, es könnte vielleicht sein, wenn ich hier springe mit dem Pilz. Wait a second. Eventuell bringt mich der? Ah, nee. Ist das nicht der eine Pilz, den wir benutzt hatten, um zum Reaktor zu kommen vorhin? Äh, vorhin. Also, letztens mit den Mädels. Ich glaube, wir springen dann automatisch auf den nächsten. Nee, doch nicht. Äh. Hier lang vielleicht? Geht's hier lang? Nee. Das führt halt wieder zu der Quelle. Da wollen wir ja nicht hin. Pilz? Das sieht, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Wenn ich jetzt irgendwie einen Weg nach rechts finde, tue ich aber nicht. Marco Ödlund. Oh. Wieder was entdeckt. So, angenommen, ich würde diesen Pilz hier nehmen. Der schießt mich sonst irgendwo hin, genau. Den wollen wir auf jeden Fall nicht nehmen. Denn wir wollen ja eigentlich in die Richtung. Ähm. Ja. Ja. Ich bin hier auch falsch. Vielleicht sollte ich einfach so ganz dumm... Pass auf. Wir machen das jetzt so richtig doof. Wir folgen einfach dem Weg hier. Das muss ja funktionieren. Ja. Ja. Guck mal da. Geht doch. Es geht doch. Es ist lucky, ich scharfen meine Klauze. Unterbrich Abwehrstellung mit einem Angriff. Melosserys detectiert nebenbei. Commencing Guidance outcome. Farmers haben lange die Melosserys und... Nachdem es bestimmte Attacken eingesetzt hat, wird es schockanfällig. Ist die Schockleiste voll, geht es in eine Abwehrstellung, in der es TP zurückgewinnt. Durch zwei Treffer mit starken Fertigkeiten kannst du dies verhindern. Okay. Also zweimal Mutangriff zum Beispiel. Das ist ein Aquaculturel labor. Sadly, es ist jung. First hat Dwindow repotiert. Okay, Abwehrstellung. Peng. Peng. Ähm. Okay. Das hat nicht funktioniert anscheinend. Ja, fuck. Okay, anders. Dann machen wir... Dann mache ich wirklich zwei Mutangriffe. Dann spare ich mit Cloud. Und mit ihr mache ich dann einfach... Feuer, Feuer. Ich will nicht fliehen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Der wird jetzt nämlich sterben. Bevor er seine Abwehrhaltung macht. Ach, Mann. Shit. Ja, Mai. Ich probiere es ja. Nicht so einfach, wenn ihr mir so dumme Objectives gibt. Du hast alle Battle-Assignungen gemacht. Ich habe eine neue Trial zum Simulator. Auf der Leiste. Nichts sind sie. Wenn ich, ich will... Wenn Mai beginnt, zu groß... Dann benutzen sie nichts. Oh, okay. Oh, okay. Okay, da ist eine Verstellung. Eins, zwei, okay, perfekt. So, jetzt muss ich ihn nur noch schocken. Nein! Okay, okay. Nice, okay. So, dann das hier. Da muss ich doch schon wieder nach oben. Hier. Oh, warte. Der geht sogar direkt nach oben. Äh, ja. Ich müsste jetzt nur in die andere Richtung. Fuck. Ich glaube, es wäre eventuell sogar besser, wenn ich hier von dem Funkturm komme. Ja, lass mal von hier aus probieren. Ähm. Da lang. In die Richtung. Das zieht mir doch sehr verdächtig hier nach dem Pilz da oben. Und da komme ich hin mit dem Pilz. Oder mit dem Seil hier. Geht rauf. Schokobo, bitte. Ah. Ich glaube, das ist hier unten. Oh. Ja, das sieht sehr gut aus. Nice. Okay. Feinde skippen. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verhören 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 Tentakel-Sperer. Was ist das denn für eine Attacke auch? Luftikus. Oh. One-Shot. Okay, was ist der letzte? Das hier. Der Auslöscher 2.0. Schwach gegen Blitz. Wir sind sehr überrascht darüber. Schock-unfällig. Zwei noch das. Und Limitbreak. Nice. Direkt 5 Schlafparalys gerichtet. Du siehst nur die ganze Zeit vor dir. Meine Fresse. Du willst die ganze Zeit. Du siehst die Fernbedienung. Du willst die Fernbedienung drücken, um mich wegzuschalten. Aber es geht nicht. Du kannst dich einfach nicht bewegen. Was ein Abtruck. Was ein Abtruck. Er war ein Abtruck. Und wenn die Fernbedienung drücken. Er war ein Abtruck. Und wenn die Fernbedienung drücken. Der ist gleichzeitig ein Abtruck. Der ist gleichzeitig ein Lurker. Und gibt mir ein View. Es ist alles wie geplant. Ich lulle die Leute in den Schlaf, damit sie mir die ganze Zeit weiter zugucken, ohne es zu wollen. Was? Wir sind noch nicht fertig? Noch ein bisschen mehr. Noch drei Sachen fehlen. Zwei davon sind Feldforschung. Und die letzte Sache. Habt ihr über eine Schmerz in den Schlaf. Das Schmerz in den Schlaf. Das ist ein Schmerz in den Schlaf. Und das sollte man sich nicht mehr machen können. Sag mir mehr. Ja, was fehlt denn da noch? Ah. Zwei Protosubstanzmissionen. Und dann fehlt noch irgendwas letztes. Kommt dann doch. Kommt vielleicht doch nochmal ein Kampf ganz am. Ah, warte. Hier. Natürlich. Natürlich. Das hätt ich ja fast vergessen. Es gibt noch ein paar Synthesechips. Hm, Chips. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Wo ist denn der Chip? Ist denn der Chip? Vielleicht hier drin? Oben drüber? Was? Wie komme ich denn hoch? Ah. Ich bin festgesteckt in dem scheiß Busch hier, oh ja. Oh, das sind die, die wir gerade tragen, also haben wir endlich das, das Upgrade gefunden jetzt. Super nice, super, super, super nice, super, super nice, super, 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 super. Du, 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 und wo ist noch was, wo ist noch was? Du, 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 du. Du, 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 Edelstein und weiß Umhang. Und es fehlt noch was, wo ist da noch was? Ja hier, da ist wieder was. erstmal wieder aufs Leben klarkommen. Das erste, was du denkst, wenn du aufwachst, so, Alter. Erstmal nochmal aufs Leben klarkommen. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Achso, das war... Was ist das für ein Gegner? Ich dachte, das wäre ein Item. So, liebe des Planeten. Ah, und die Morbul-Sphäre. Können wir jetzt auch machen. Fühle mich, als hätte mich ein Morbul angekotzt. Warte, den hast du noch mitbekommen? Oder ist das jetzt Zufall? Wie lustig. Wir hatten nämlich gegen einen Morbul hier unten gekämpft. Das war der geheime... Das war der geheime Gegner hier in dem Gebiet. Da oben? Wow, okay, das ist ja... Das ist ein gutes Stück weg. Wow. Okay. Einmal die, was... Ja, ja, der Bad Breath. Bad Breath. Der war natürlich auch wieder am Start. Entschuldigung. Das war mein Bad Breath. Ich glaube, da geht's lang. Hier, hier rüber. Einmal hier rüber. Und dann da in das Gebäude. Jawohl. Cool. Moment, ich guck mal kurz, was wir hier basteln können. Oh. Wir können basteln jetzt. Die Liebe des Planeten. Davon können wir sogar extra viel machen, weil wir so viele Sachen haben an Oregano und so. So, okay. Das ist geschafft. Dann hier die Upgrades für die Banditenreife. Was brauchen die denn? Hochwertige Ungeheuerhaut. Ja, scheiße. Vielleicht kaufe ich mir die einfach, ganz ehrlich. Den hier kann ich wenigstens upgraden. Vor allem, oh Gott, ich brauche, Moment, ich brauche zehn. Und wir haben insgesamt... Vielleicht mache ich wirklich nur einen, ganz ehrlich. Also... Wir kommen ja eh bald wieder in ein neues Gebiet, denn... Gibt's wahrscheinlich eh wieder neue Sachen. So, Morbo-Sphäre. Was macht die denn? Verlängert die Dauer von Debuffs, die auf Gegner gewirkt werden. Und verkürzt die Dauer der Debuffs, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Mäh. Mäh. Schützt während des Kampfes vollständig vor den Zuständen Versteinerung und Stein. Das ist doch situationsbedingt ganz nützlich. Schützt während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Frosch. Schützt während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Frosch. Okay. Das ist doch ganz nice. Dann setze ich das mal hier auf die Wunschliste. Ja, Leute, ich habe jetzt angefangen, die Wunschliste mal zu benutzen, damit ich mich nicht immer... ...totsuchen muss, was wir hier noch nicht gecraftet haben. Top, ne? Am Anfang ging es noch, aber mittlerweile gibt es halt so viele Rezepte. Und ich habe mich halt dabei ertappt, wie ich öfter mal dann wieder durchgucke. So, äh, was, was wollten wir noch craften und so? Ich glaube, das spart uns so ein bisschen Zeit. Ich habe auch an dich gedacht, Christo Kahn. Als ich das gestern draufgesetzt habe, habe ich an dich gedacht. Ich verkrafte das alles nicht mehr. Just watch her, wie du schützt, okay? Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Ey, ey, Vorsicht, ich habe noch einen für dich. Wie mache ich den Kampf am besten? Kannst du mich da... ...berataten? Boah, der war... Okay, der klang schlechter als in meinem Kopf. Beraten. Beraten? Okay. Okay, wir streichen das aus dem Skript, Leute. Es ist nie passiert, es ist nie passiert. Ignoriert das vollkommen. Von wegen, von wegen, wir können nicht tiefer sinken. Also ich glaube... Ich habe es gerade geschafft. Ich habe sie auf, so lange wie ich konnte. Aber es sind nur zu viele. Sie sind jetzt alle deine. Elite Krenadir habe ich noch nicht analysiert. Ernsthaft. Oh, ich sehe mich. Sehr gut. Oh. Oh, so gut. Apply first aid. Apply first aid. First aid er mal. Versteigen sie. Oh, ich sehe... Oh, nein. 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 Ich versuche nur, bis dahin zu hängen, okay? Okay. Lass uns gehen. Ich habe deine Nummer. Also, es ist mein Turnier? Ich mache da jetzt in die Mitte, mache ich jetzt einfach mal meinen Ehrzauber. Mal gucken, was passiert. Geil. Der kann doch bestimmt irgendwas cooles, was so fett AOE-Damage macht. Nee. Ah, oder? Sternenstoff, natürlich. Go. Das war für dich! Red hat die gerade alle Solo vernichtet eigentlich. Du bist leid! Eine andere Worte für dich? Dorthin, Herr Präsident. Genau. Also, ich muss fairerweise sagen, ich finde diese Protosubstanz-Quest ein bisschen langweilig. So im Vergleich mit den anderen, weil im Prinzip ist das wirklich nur, äh, VR-Fights. Mission complete. Unser Präsident ist das Herz der Firma. Er kann nicht verwendet werden. Es ist wichtig, dass wir ihn von Gefahr halten. Auch wenn es uns unsere Leben kostet. Bleib das in der nächsten Missionen. Diese Beziehung wird in den Power-Saving-Mode entgegen. Nachdem du deine Provisionen eröffnet hast, gehen wir zur nächsten Revision. Ja ja ja. Same shit. Gib her. So, last one. Schwarze Schildkröte. Ah, ich merke gerade, dass sich diese, ähm, die Namen von diesen Substanz-Quests hier, die orientieren sich an den, diese vier Guardian-Bieste da. Also sprich, äh, Seriu und äh, wie sie alle heißen. Genbu und so weiter. Viako. Zusaku. Diip dar, the, 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 the dup du 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 du. Ach, guck mal, wie praktisch. Direkt da, wo wir sowieso hinwollten. Hallo, ich glaube, ich bleibe im Bett, ey. Kommst du doch nicht aufs Leben, klar. Oh, ich glaube, ich bleibe im Bett. Oh, ich bleibe im Bett. Ah, da unten lang. Okay, okay. Oh, ich bleibe im Bett. 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 Kill or be killed. These are the only possible outcomes of any confrontation. Here's hoping you survive. Oh no. But aren't they friends? How can they go from BFFs to shoot to kill? Probably gotta be pretty ruthless to make it as a turn. So, sie war Blitz, ihr war Blitz. You might think I'd rather be a problem. Good thing too. Don't wanna be a couple of you chovers. See ya! Come on! Why don't you leave the way? Das ist so cool. All Shinra has to offer us is exhausting. And a good way to get to the life strength. To them, we're just tools to be used and abused. They're sucking the life out of us, just like they're doing to the plant. Nice. There we go. Oh, ich glaube, ich kann sogar, ich kann sogar das Ende mit Schrecken machen bei ihr. Oh, nice. Das wird wehtun. Oh, nice. Und schon wieder Schockanfälle. Oh, nice. Good job, Red. Nice. Let's go. Oh, mein Gott, sie hat sogar ihre Beschwörung. Oh, finish them all. Ah, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Go on. This one's for you. No time to waste. Sturmform? Oh, what? It's time to put all the tricks, you taught me to good use. I'm coming. Don't worry, we'll make it quick. So, sie supportet sie trotzdem los. Ähm. Ja? You ready? I got this. Dann, dann rufe ich doch. Ich rufe dann doch Phoenix. Thanks for coming to health. Bye, Nick soon. Blütensturm Was ist jetzt mit Synchro? Go! Was ist jetzt mit Synchrofon? Was ist jetzt mit Synchrofon? Komm, ich werde geschockt, ich werde geschockt, okay, Schock, Limit, der Typ ist ganz schön rude, ja? Ende mit Schrecken, maybe? Ich hoffe, er kriegt es hin. Ich ruhe da zurück von deiner Aussage. Ach, jetzt ist sie besiegt. Hä? Okay. 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 Und wie wir das finishen? Ende mit Schrecken, also so richtig schreckliches Ende, Mann. Let's go. Do-do-do-do-do-do-do-do. Mission complete. Well done. You've proven yourselves to be born Turks. Wow, what an honor. We Turks fight as one, but our duty may require us to sever our binding tads. Which is precisely why. Oh? Who's there? Confirm your personal life. G.A.I. 153. Wieso ist sie jetzt rein zufällig hier? Certainly didn't expect to run into you here. Took the words right out of my mouth. What the hell are you doing here? Shinra sent me to inspect the facilities. Wanted to make sure they didn't have any unauthorized visitors wandering around? Okay. Ja, okay. Okay. Oh, it appears that by restoring the fragmented data, we were able to break the protorelic's encryption. Uh, translation? The potential applications are practically limitless. By converting matter into data distributed across a secure network, shielded from external interference, one could preserve said data indefinitely. So is it real? Like, can I touch it? Oh, of course. Behold, the protorelic in its restored glory. Boom. 100%. Der Ehrenturk, oder? Ehre. At long last, the Knave returns. Beneath the moonlight, in victory shall I revel, my Genji! De-de-doo, de-de-doo, de-de-do! The dropper! Chatly? None other. After analyzing the phenomena associated with your sudden disappearance, I was able to devise a way in which to join you virtually. Virtually? Agh! No matter! Be gone, foul conjurer, or I shall make this place your grave! Oh, my! This is simply fascinating! I'm Chatly! You must tell me about yourself, and about this place! You dare demand answers of me? Such impudence! A wanton display of disrespect! What is it? Blabe someone! Hide! What did I say? This will not stand! Weißt du Chatly, he has like 300 IQ and he warns, so, that nothing can happen, because he is virtual? Oh, oh. Huh? Ich fühle mich überraschend. Ich, aber ich bin überraschend, um dieses Mysterium zu lösen. Ich hoffe nur, dass du mir in meiner Quest für Antworten unterstützt. Ich dachte, wenn ich irgendwie die Story weiterspiele, kommt das vielleicht irgendwann nochmal. Wobei, vielleicht kommt es ja auch nochmal. Vielleicht gehen wir später nochmal in die Wüste zurück, das kann sein. Egal, auf jeden Fall sind wir hier fertig. Hier gibt es nichts mehr zu tun, außer, stimmt, wir müssen noch Kuchata zähmen. Kuchata. Kuchata. Boom. Wird super easy. Habe ich überhaupt schon mal gegen eine Esper gekämpft, als sie komplett geschwächt war? Ich weiß es gar nicht mehr. werk Heart Alters rick Heart Alters Ich beurte nie in Meldung. Bist du den know- DenAKE uns sehr gut schön. Impresions. Den haben wir INTEREST... Glocken Sie! Acht mal los. Lappelle! Get him! Ready when you are. Keep it together, take it over. Calling fire. Beating time. It's on you. I'll take care of them. Get him! That's it! Get ready. These are fun. Let's get serious. You've got this. Go for it. I got it. Burn! Let's go for it now. Here it comes. Try this. Oh. I'm ready when you are. Had enough? Fight through it. What? With me. Lead the way. Here goes. You'll see. That'll do. Go on. Get him. Here it comes. This one's for you. Ah. Come on. Come on. Come on. You've got to go. You've got to go for it now. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Es ist vorbei. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Geh schnell. Geh schnell. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Ich werde sie vor. Ich weiß, dass ich es in mir habe. Geh auf. 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 Das war nice. Das war aber mehr Glück als irgendwie Skill. Der Blitz kam an. Ich bin nach rechts und dann wieder direkt zurück. Nice. Wieder im Bett. Sehr gut. Bleib doch einfach immer im Bett. Was hast du denn davon aufzustellen? In Kujada. To think that anyone could tame a beast of so many Affinities. I cannot say where this wild steed might lead you. But I encourage you to find out. So, was holen wir uns denn hier noch? Alles. Alles. Ich wünsche dir alles das Beste. Und dein aufgehöriger Glückwunsch. Ich glaube, wir können weiter, Leute. Für Weltintelligence. Ich wünsch dir. Ja, same. Sagt Lebewohl zum Dschungel. Sagt Lebewohl zu unserem grünen Waldschokobo. Sagt Lebewohl zu Pilzen. Wir gehen jetzt hier in die Doktor-Who-Gedächtnis-Telefonzelle. Sagt Lebewohl und wir sind gleich mit dir, Leute. Bronco Airlines. Sagt Lebewohl? Sagt Lebewohl? Ich glaube so. Also, findet ihr was? Ja. Wir müssen Lebewohl zu Lebewohl. Wie mit einem Feuer? Warte. Hast du nie gehört von Lebewohl-Signalen? Wow. Was erzählen sie dir in Midgar? genug. Ich frage mich, ob wir jetzt Sid treffen. Hhhhh. Waddo wenn die Leute eine Sprachausse geht? Ich frage mich, dass sie die Gacken erscheinワót ucht auch als Farbe aus ist. Ah eu stepping mal. Ich kenne- NS- shapesen. Waddo ja wisst. Mir측 drumholt divided in das bar. Nein. Ich hatte dich Ja wohl. Da ist ein Mann. The Mann. The Mann, the legend. Please, Darkly. You talk? The hell kind of magic trick is this? Not that I ain't seen crazier shit on my travels. Now, how many of you we got? Too many. But the old girl likes a challenge. With hazard pay, I'd say this is fair. Okay. Easy. It's a nix. I'll turn my ass to y'all pony up. Much obliged. Hop on board and sit where I tell you. Gotta make sure my baby's balanced just so. Hold on tight now, you hear? Fall out and you're on your own. Because... Here we go. We're flying. No shit, kid. Who do you think I am? I don't know. Who? President and pilot of Bronco Airlines. Send her with. Pleasure having you aboard. Who? I must admit, I didn't expect to find a willing participant. You are truly a model soldier, my boy. I'd hold still if I were you. We wouldn't want any complications. No, professor. Mm-hmm. Since you're so committed, I'm going to give you a special treatment. One that will surely make you into a hero. Uh-oh. Once, this would have taken years. But now, now it takes a mere 18 hours. All thanks to me and my singular genius. I stand at the forefront of science. My brilliance, a guiding light. Of course, we pioneers must be ready to do what you want. But others are not. Though even I wouldn't dare attempt to improve upon perfection. Ha 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 bestimmt nur ein ganz kleiner Eingriff. Okay, also so haben wir das hier gelöst. Im Original ist man einfach mit dem Buggy... Oh Gott. Okay, also die Motion Controls schalte ich direkt schon mal aus. Das wollen wir nicht. Im Original ist man mit dem Buggy so nach der Wüste, halt am Dschungel vorbei, ist man quasi direkt zum Cosmo Canyon gefahren. Und genau kurz bevor man da ankam, ist der Buggy kaputt gegangen. Oder hat irgendeine Fehlfunktion oder so. Das haben sie hier anscheinend ein bisschen anders gemacht. Wir kriegen hier so einen kleinen Teaser auf Sid und die Tiny Bronco. Weil eigentlich trifft man jetzt das Flugzeug und ihn betreffen die normalerweise im Original erst ein bisschen später. Wir sind endlich im Cosmo Canyon, Mann. Oh, das wird cool. Das wird mega geil. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich bin so weit wie ich konnte. Ich hoffe, dass ihr euch nicht schreitst, weil jetzt ihr seid auf ihr eigen. Was ist das nächste Mal, wir brauchen einen Liff? Hmm. Schöne ein Signal. Ich habe sicher, dass ich Raum zu lande. Happy Trails to you! The veil's this way. Tiny Bronco. Du kannst nur die Tiny Bronco, ein Amphibienflugzeug von Bronco Airlines benutzen. Okay, okay, okay. Ach, für alle weiteren Flüge verlangt Sid nur noch 300 Geld. Warum auch immer, okay. Freundschaftsplatz. Nio! Bahamut! Oh, 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 baby! Ooooooh! Ob das der einzige Bahamut sein wird, den wir kriegen? Weil wenn das hier schon Neo-Bahamut ist, das war ja im Original, war das schon der zweite. Es gab Bahamut, dann Neo-Bahamut und Bahamut Zero gab es noch. Wenn die hier direkt mit Neo-Bahamut anfangen, dann... Ach, guck mal da. Direkt ein Schatzversteck. Hehehe. Cooler Remix. Klingt sehr chillig. HAM-Bahamut. Schreie... Wie sieht denn das hier eigentlich mapmäßig aus? Okay, das scheint jetzt zum Beispiel, das ist fast so das Gegenteil von dem Dschungel, so wie ich mir das gerade so anschauen kann. Nämlich, dass das Gebiet sehr offen zu sein scheint. Also, dass man wirklich wenig irgendwie Hindernisse hat. Das wäre ein ganz cooler Change, wenn das wirklich so ist. Wenig Cosmo, mehr Canyon. Ja. Oh wow, warte mal, okay, die Schokoboos im Cosmo Canyon scheinen. Also entweder sehr weit springen zu können, oder die fliegen sogar ein bisschen. Ich bin so gespannt, wie das aussieht da. Oh, neue Gegners. Der Punk-Queen. Deine Mutter. Was? So wie das, okay? Ach, die Tropfen sogar hochwertige Ungeheuerhaut. Das ist doch gut. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen für das Upgrade unserer Armreifung. Oh, ne, nicht Sahagins. Oh, fuck. Oh, ne, das erinnert mich an fucking FFC-Remake, die Abwasserkanäle. Oh, ne. Oh, okay. Oh, wow, ich hab ihn aus der Luft. Oh. Okay. Okay. Oh. Oh, wow. Oh. Oh, das war, hey. Oh. Oh, das ist jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. jetzt, also wie die Kampfe jetzt ablaufen. Ist schon krass. Mit den ganzen extra Materials und so. Ich liebe diese ATB-Shock-Material. Die ist einfach so gut. Kannst du quasi direkt richtig fetten Damage machen, wenn der Gegner gerade in Schock verfällt. Oh mein Gott. Oh. Okay. Sieht aus, als wäre der Canyon sehr in die Vertikale gebaut. Ich meine, es ist ein Canyon, es ergibt Sinn. Und da ist direkt eine Chocobo Ranch. Hallo. Oh. Schöne Farbe. Das ist ein Schöne. Nein? Schnauze Aerith? Dir ist schon klar, dass das Yuffie war? Ja. Also, da will er schon, da will er schon meine Waifu flamen und fehlt einfach richtig krass. Und wer ist besser, als du, junge Guggetter? Oh, ich weiß nicht. Jemand in einem Ringkurs? Weil... Der Gesang kam halt direkt von hinten und ich dachte so, hä, Yuffie ist doch gar nicht da? Ja? Und sie war ein Stück weiter weg. Wow! Das klingt großartig! Hehehe Du willst es versuchen, oder? Erinnere dich, wie viel jeder sein wird! Okay Okay Fangversuch! Ach! Ein Flug-Schokobo! Nice! Cool! Dann kriegen wir auch direkt ein Schokobo hier! Das ist schon mal viel wert! Das ist schon mal viel wert! Gibt's hier irgendwas Neues? Seht ihr? Das meine ich! Also jetzt können wir halt schon... Stellt euch mal vor, ich hätte halt die Gegenstände gefarmt für die Upgrades die ganze Zeit. Und hier können wir halt direkt schon wieder neue Sachen kaufen. Ich kauf drei. Oh! Wir haben einen weiteren Slot für die Waffe da unten! Oh! Das ist auch gut! Das ist auch gut! Banditen, Banditen, Banditen! Du kriegst auch Banditen! Und... Und... Der Typ! Ich hab sogar noch einen! Okay! Ja gut dann! Ja! Ist in Ordnung! du... Die... 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 So... Reduziert Schaden! Erhöht Glück! Was habe ich denn überhaupt noch? Ach ja, Magie-Verstärkung sollte ich definitiv noch irgendwo reinpacken. Das klingt nämlich richtig gut. Zwei Limit Union, überträgt Limit auf den anderen, eee, ETB-Boost mag ich auch nicht besonders. Ja, die gelben, die gelben sind alle, ne. Ein paar MP-Boost haben wir noch. Das machen wir auch nicht unbedingt eigentlich. Ich glaube, ich mache einfach diese zwei Magie-Verstärkungen. Die machen wir da rein. Das kann ja auf jeden Fall nicht schaden, die mal zu leveln für das Endgame. Weil ich finde, die klingen echt gut. So, die verbinden wir mit Attacke und Effektdauer. Ich glaube, ich gebe ihm eins und kombiniere das mit gestärkter Attacke. So. 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 Barriere wäre super. Barriere wäre richtig, richtig gut. Egal. Fürs erste, fürs erste level ich das einfach nur mal. Komm, ich geb dir einfach mal hier mit Glut. So. Achso, und wir haben noch das neue Summon. Das haben wir ja auch. Gucken, was der für Status-Bunny gibt. Fujata. Mehr HP. HP und Stärke. Wäre das vielleicht was für Cloud? Ich glaube, ich geb das Cloud. Wir probieren das Ding mal auf Cloud aus. Theoretisch ist Ramu für ihn, glaube ich, sogar ein bisschen besser, weil es halt physisch und magisch ein bisschen erhöht. Weil ich wüsste nicht, auf wem ich das sonst benutzen sollte. Tifa ist ja auch physischer Attacker. Auf die... Oh! Wir geben es Tifa. Ja, Tifa hat noch keine neue Summon. Die hat noch Ifrit. Ah ja, okay, okay, okay. Tiefer kriegt das. Ja. Ein bisschen mehr HP. Kann auch nicht schaden. Und, äh... Die gleiche Attacke wie bei... Wie bei Ifrit. Ja, super, okay. Das ist hier ein neues Summon. Oh, verlängert die Dauer von erhaltenen Buffs, wenn ich das bei ihr kombiniere mit... Oh, ich hab ne krasse Idee, Leute. Wir packen das hier um, sodass sie gestärkte Attacke bekommt mit Magieverstärkung. Dann ist es erstens schon mal länger durch die Magieverstärkung und zweitens ist es länger durch ihre Waffen-Ability. Ja, das ist ne nice Combo. Yeah, okay. Ich mag es. So, bei Barret machen wir, glaube ich, noch Feuerstoß mit rein. Elementare Materia Plus erhöht den Schaden von Waffen, die mit Elementar... Oh! Shit. Ja, ich mach Schaden von Feuerstoß. Juffi. Kritischer Schaden. Wow. Jetzt kritischen Schaden ist plus 20%. Holy shit. Cloud. Er hat mit der Waffe gar nicht so geile Sachen, die ich noch reinpacken könnte. Ich schätze, ich mach die stramme Haltung. Stramme Haltung. Ähm... Oh shit. Kritischer Schaden auf Aerith? Und MP hast. Unser Girl wird richtig krass. Er kann magische Attacke plus 40 kriegen damit. Warte, 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 warte. Warum nicht? Das ist mehr Heal. Ist auch mehr Heal. Ich glaub, das hier mach ich raus. ETB Boost bei Kampfbeginn. Weil das ist ja dann wirklich am Anfang vom Kampf wichtig. Ich geb ihm nochmal Magic Attack. Da hat er jetzt richtig krasse Werte. Da kann er auch wieder... Da kann er wieder gut heilen. Kann er richtig, richtig gut heilen. Nice. Okay. So lassen wir es. So. Wir sind... ...gewappnet für das neue Gebiet. Codex 7. So hoch komm ich halt noch gar nicht. Erhöht Aufladung der Limitleiste bei erfolgreichen Blocken? Ist ja ultra gut. ... ... Where is it? Debuffs, man. Syncro Aktion. TP. Bei ihr ist gar nichts Gutes, irgendwie. Das hier kann ich wieder machen, ein bisschen mehr Damage. Ja, dann mache ich hier die Synchro-Aktion, red, MP-Regeneration, nicht schlecht, HP auch nicht schlecht. Heilt beim Töten von Gegnern 5%, auch nicht kacke. Ich mache das mal rein. Er ist mir mehr oder weniger egal. Erhöht das Glück beim Reiten auf dem Mogri, das ist eigentlich ziemlich geil für ihn. Dann machen wir hier das Mogri-Bild. Tifa, hast du wenigstens ein bisschen Damage. Erhöht Attacke während Entfesselung, finde ich gut. MP-Regeneration, meh. HP, meh. Reduziert ATB-Verbrauch von Waffenfertigkeiten, ist okay. Unten gibt es auch nichts mehr. Was ist denn los bei den Mädels? Die Mädels haben irgendwie nichts mehr Gutes jetzt. Und Barret noch. Verlängert die Dauer von erhaltenen Buffs. Das ist, das ist auch gut für ihn. Vor allem sollten wir mal Barriere auf ihn casten. Noch ein bisschen Schaden auf Feuerstoß. Die Brettsprache. Und zu guter Letzt noch die Yuffie. MP-Regeneration, erlittener Schaden. Für kurz Dauer von erlittenen Debuffs. Boah. Hier Schaden normaler Angriffe. Viel ist das ja nicht, aber es hilft. Ich sollte ihr halt auch ein paar Synchro-Fertigkeiten geben eigentlich. Mit wem spiele ich sie denn meistens? Mit Red. Ja. Okay. So, das ist auch geschafft. Alles klar. Na dann. Auf zur fröhlichen Schokobo-Jagd. Oh, hier ist direkt ein Turm. Warte, wurde gerade nichts aufgedeckt? Nicht mal eine Sache? Das ist ja ein toller Funktur. F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Dieses Auf und Ab quasi mit den Flugschukobustern. Ziemlich cool. Wieso finde ich hier noch einen Gonga-Kiefer? Wir sind doch gar nicht mehr in Gonga. Gonga. Wer seid ihr denn? Der Pankuin wieder? Oh, Basilisk. Wer seid ihr? Der Pankuin wieder? Der Pankuin wieder? Lied das dir? Das war's. Sie sind fertig. Geh in die Nummer. All in die Nummer. Lalalalalala Da hinten müssen wir reichen. Oh die Vögel hier sind auch blau. So hallo. Wo ist der Fliegende? Ganz da hinten. Ah shit. Dreh der sich nochmal um oder? Okay. Go. Also er bleibt sehr lange in die Richtung gedreht. Das müsste ja eigentlich passen hier. So. Okay der ist eingepennt. Er hat mich gesehen. Der sieht mich, der sieht mich doch hundertpro. So. Was soll ich denn das machen? Ist ja Steine. Ein bisschen schieben kann ich den ja. Wie. ... Das kann ja so nicht gehen. Ja, fuck. Ich muss halt, ich muss diese Dieses Ding muss ich halt bis ganz ans Ende da irgendwie schieben, bevor ich die Weichen umstelle. Aber wie soll ich denn so weit kommen, ohne dass mich hier ein Schoko bursiert? Ich muss doch irgendwie... Ja, pfft. Haha, fuck. Schauen Sie in die andere Richtung, bitte. Ich muss warten, bis er sich nochmal umdreht und dann muss ich ziehen wahrscheinlich. Mir fällt nichts anderes ein. Okay, okay, okay. Ich mach mal ein Stück nach vorne. Okay, 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 okay. Ich dachte, er hätte mich gesehen. Kontrollpunkt. Okay, sehr gut. Sehr gut. So, bevor ich hier Scheiße baue, lass mal gucken. Ich muss das Ding... Ja, im Prinzip ist das nochmal genau das gleiche hier. Okay. Immer so ein Stück weiter... Nicht erschrecken lassen. Nicht erschrecken lassen von dem Quä? Okay. Das ist normal. Okay, okay. Das sieht doch gut aus hier. Hier sind jetzt Steine. Okay. Brauche ich die überhaupt? Ich kann doch einfach... Ich kann das doch einfach hier hinschieben. Und dann sieht er mich ja nicht. Ach. Ja, okay. Ja, verstehe. Ja, klar. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Nein! Du sollst zum Stein gucken. Ich bin,LA. Es ist einfach. Oh, ich bin sehr Pattern. Es ist ein besonderes. Oh, ich bin sehr Courtney. Ich bin. Ich bin sehr stark. Weiter geht's. Weiter geht's. Und der dreht sich nicht um, oder? Dreht sich nicht um. Okay. So, den muss ich nochmal ablenken. Auf jeden Fall. So, den muss ich nochmal ablenken. Richtig unauffällig. Jetzt kann ich, ob ich den, den ich fangen soll, ob ich den auch ablenken kann. Let's see. Der ist schön. Das ist eine schöne Farbe. Ja, du hast mich hier gefangen, aber jetzt finde ich dich voll geil. So, Flugschokobos. Wow. Oh. 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 Hallo Leute, ich bin's Chirley. Wusstet ihr schon, dass der Cosmo Canyon ein Canyon ist? Hier gibt es ganz viel Stein. Danke Chirley, danke. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, ich will's probieren. Oh, ich darf noch nicht? Oh. Oh. Nein. Nein. Schnell weg. Nein. Schnell weg. Hallo. Hier sind wir. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Du bist Shani? Du sprachst mit deiner Mutter. Sie sagte, du brauchst nicht die Trainingsfassilie, die sie gebaut hat. Schnell weg. Wenn du nicht auf dem Arm gehst, dann können wir Abony ihr Übersetze geben. Schnell weg. Nein... Schnell weg. Sie hat so eine Binde am Arm, oder? Vielleicht wurde sie gebissen oder sowas. Okay, das ist fertig. Und Chocobo-Whisperer Yuffie bekommt die erste Dibs! Oh, ne Waffe für Yuffie gibt's! Let's go! 3600. 3600. Oh, fuck! Direkt verkackt! Ich wusste nicht, dass ich gedrückt halten muss. Get it up, girl! Yahoo! Aaaaaahhh! So, jetzt auf die Dinger für die Stroh- Ja, kriegen wir wieder Auftrieb. Let's go. Okay, das ist gar nicht so easy. Das ist gar nicht so easy. Du wirst es niemals als Jockey machen. Ich werde es dir easy machen. Giddy up, Frau! Gib mir 5 Minuten und ich bin besser, als du es je warst. Okay, jetzt checken wir. Ja, ja, okay. Jetzt checken wir es. Rechts ist ein Schatz. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Hell yeah, Mann. Da kommt sie wieder raus. Die Pilotwings 64 Erfahrung. Oh, was? Oh Gott, mit Landung? Was? Oh, fuck. Okay, das... Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Okay. Am Ende nochmal eine Landung. Okay, okay. Irgendwie ist die denn drauf, sag mal... Ultra unsympathisch. Okay. Again. Wir müssen halt... Wir müssen alle kriegen für die... Für die Waffe. Wir müssen aufhören. Wir müssen halt... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im besten probieren wir die Dinge immer so oben zu treffen Let's go Es waren noch nicht mal alle, ne? Es waren 3200, die man haben musste Man musste es nicht ganz perfekt Relativ perfekt Das ist lustig, das macht Spaß So, was kann denn eine neue? Oh, ein Material Slot mehr Viel mehr Magic Attack auch Kaktor Kapriole Mindestens 2 Gegner treffen, okay Der sieht cool aus So Machen wir das noch gleich hier Ich muss ganz kurz auf Toilette gehen Ich habe zu viel getrunken So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo, hallo. Ich finde euch immer noch scheiße. Und wir hatten nie einen Ratsch. Während meiner letzte Ratsch, sah ich ein anderes Chocobo. Oh nein. Als ich das Dürf, sah ich auf und sah die Füße. Die Klauen kommen direkt an mich. Jedes Mal, wenn ich meine Augen öffne, sehe ich sie wieder. Ich würde gerne alleine sein, ok? Ja, ganz ehrlich, dann such dir einen Psychiater oder sowas. Der Vogel kann doch dafür nix. Boah, was? Ok. Oh Gott, nein! Ich habe es schon wieder getan. Ich bin unverbesserlich. Giddy up, girl! Aber die bewegen sich jetzt auch noch. Okay... Ok... ECK, Mapspür! ... Oh, was? Ah, ich hab nicht gesehen, dass da unten noch einer ist. Shit. Ich, ich, ich gewöhne mich dran, Leute. Ich gewöhne mich noch dran. Ist nicht so easy. So, okay. Okay, 100, 100 und dann müssen wir 300 da. Ja, und wie soll ich jetzt da... Hä? Ist das vielleicht so, dass ich später dann auch nach oben fliegen kann? Sobald ich die Erlaubnis dazu hab? Oder ist da unten noch irgendwo so ein... Irgendwas mit auftreten? Hmm... Hmm... Da vorne, da vorne sind halt Auftriebsdinge. Ja, vielleicht muss ich... Ah, ja, okay, okay, okay. Ich sag, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe... ...nach oben fliegen? Ja, darf ich ja noch nicht. Ist ja auch ausgegraut. Ich weiß. Hier, Steigflug ist noch ausgegraut. Also ich kann nicht... Ich kann nach oben drücken, aber guck mal. Das hier passiert, wenn ich nach oben drücke. Deswegen, also ich glaube, ich muss das zuerst irgendwie... Also erstmal einfach die Mindestpunktzahl irgendwie kriegen. Damit ich dann vielleicht nachher die Erlaubnis bekomme oder den Skill, dass ich auch nach oben fliegen kann. Achso, ich muss... Okay, ich muss so ganz schnell werden und dann geht's, oder wie? Hier so. Ah, okay. Ah, okay. So funktioniert das. Okay, cool. Ah. Oh, oh. Ich bin zu tief. Oder? Oh Gott. Und hoch. Nein. Die scheiß Bewegungssensorsteuerung aktiviert sich. Nein. Boah, das ist... Das ist... Das ist hart. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich mache es mit dem rechten Stick, damit ich nicht ausversehen, die... ...die Motion Controls wiederaktivieren. Du kannst nicht nur den Chocobo verpflichten, was du willst. Ich hoffe, die sind wir bald los. Was für eine doofe Kugel. Aber, aber... Mann, ich habe nur Anfänger. Ich bin ein Anfänger, ey. Ein Anfänger. Okay. Jetzt kommt die... Die rechte Stickstrat. Ich spiele das nur mit dem rechten Stick. Whee hooo. Und also geht's. Und schon we chill. Weil ein Anfänger. Wir sind hier mit dabei. Und einfach nicht hinterher. Und ich habe nur mit drei anân hunger. Chälte machen! Stuttgart bekommen! Und einfach nur einen Fakメag, und Maybe auch eine Fluk skulle für LOS! was okay this is great it's 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 okay dive und hoch irgendwie muss ich mehr Höhe kriegen irgendwas mach ich falsch vielleicht lasse ich zu früh los this is great yahoo das Gute ist Leute wenn ich das hier jetzt meister in diesem Kurs dann haben wir die Kunst des Schokobufliegens schon für den nächsten Kurs gemeistert okay okay schönes Timing schönes Timing und jetzt wir brauchen jetzt ultra viel Höhe GOOOOO Schokobu oh shit wow okay let's go let's go fuck einer hat gefehlt ach man okay okay es muss perfekt sein ah am Schluss hatte ich ein bisschen da hat mir noch ein bisschen Höhe gefehlt da bin ich zu weit runter Giddy up girl okay jetzt aber jahaa this is the run this is the run this is the run this is the run Okay. Und hochziehen. Okay, okay, okay. Ja. Komm schon, komm schon. Let's go. Oh. Ja, das sollte man tun. Okay, Schokobo Master. Schokobo, Schokobo, Schokobo. I'm on a Schokobo. You're on a Schokobo. Tritta Parkour ist hier? Really? Oh ja. Apany, what are you doing? Why are you still following me? You know I can't ride you anymore. Apany, I'm sorry, but I can't. I just can't. Says who? You just watch. I'm gonna prove to you that there's no other bird that can fly like Apany. I will. 9600? 9600? 10600? Pfft. 10600? 10600? Giddy up, girl! Was ist denn, wenn ich direkt drücke? Einfach so jetzt schon. Ja, es ist zu früh. Okay. Das war's, das ist zu tun. Das war's für heute. Oh, warte, was? Oh, okay. Wo ist der Auftrieb? Ja. Moment, es gibt ja eigentlich, es gibt ja, es gibt ja kein Timelimit, richtig? Ich glaube nicht. Okay, es gibt kein Timelimit. Das heißt, ich könnte jetzt auch einfach nochmal hier unten so ein bisschen auftreten. So mitnehmen, ja. Okay. Win. Nein, 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 es wird nicht reichen, nein, ich bin zu tief, ich bin zu tief, nein, aber es war gut, es war gut, es war gut. Siehst du mich? Ich habe es geholfen. Und es ist alles dankenswertes Chocobo, Apany, das Beste der Beste. Du denkst nicht, dass ich das weiß? Es ist etwas in deinem Gehirn, nur sag es. Der Tag, ich bin, ich einfach... ich bin zufrieden. Ich habe die Reise in der Beste. Ich habe mich über alle die Worte, die ich mit dem Geld verdammt habe. Ich war nicht so geholfen, aber als ich auf der finalen Körner bin, Apany und ich, wir sind aus der Beste. Before ich es wusste, ich war in der Beste. Apany hat mich in der Front, um mich zu retten, und weil das so, Sie hat sich verletzt. Also, ich kann nicht zurück in den Sattel. Ich kann nicht. Was, wenn ich sie wieder verletze? Ich werde niemals mich verletzen. Du bist, Herr Merck. Verstehen diese Chocobo-Interpreting-Skills zu arbeiten. Es war ein schreckliches Verletz, aber wir haben von dieser Erfahrung gelernt, und können wir als Chocobo-Werriter und streben nicht zu überprüfen, wenn wir uns heilten, Schaunie, wir werden uns wieder wiederholen. Hast du das? Apony. Awww. Hahaha. Mhm. Hm. Ich werde das alles tun. Ich werde das alles tun, um zu zurück in der Rennen zu gehen. Bis zum nächsten Mal. Gibt es mich nach ihr? Uh, bist du wirklich? Na ja. Sie braucht noch ein Training. Und ich werde sie nicht mehr ausziehen. Ich fühle mich besser, dass sie in den Händen einer Rennen kann. Ich werde sie nicht mehr ausziehen. Ich bin froh, dass du dich schuldigst, Mama. Ich versuche, dass ich nicht mehr aufzunehmen werde. Nicht wieder. Ah, das war alles, was ich wollte. Be warned. Als ich aufzunehmen werde, du schuldigst. Hahaha. Bring it on! Du 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 du. Das schaffe ich auch. Das war so knapp. Das haben wir wirklich nur die letzten zwei wieder gefehlt. Die letzten tausend Punkte. Warte, okay. Man muss drücken... Ach, das war ein bisschen zu spät. Ich glaube, man muss drücken, wenn die quasi direkt übereinander sind. Hier quasi. Ich habe einen verpasst. Hahaha. Giddy up, girl! Giddy up, girl! Jetzt. Giddy up, girl! Jetzt. Das müsste jetzt eigentlich passen. Bitte was? Okay, okay. Okay. Noch ein bisschen später. Jetzt. Okay. Oh! Oh! Und hoch! Das soll jetzt nicht verarschen lassen. Einfach geradeaus durch. So, genau. Hier war das fiese Blaue. Ja, okay. Verkackt. Egal. Scheiße. Scheiße. Okay. Zack. Zack. Die fünfhunderte da. Zack. 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 Und direkt nach rechts. Fuck. Zack. Ja. Das sollte das machen. So jetzt. 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 Zack. Zack. Jetzt. Doodododoododoodo很多 Ich denke, ich muss vorher hochziehen schon. Ich ziehe zu spät hoch immer. Das ist halt doof. Also wenn man halt irgendwie dann Sinkflug macht und zieht nicht instant nach oben, dann... Keine Ahnung. Da hast du halt verkackt. Da gibt's keinen Auftrieb mehr. Das ist jetzt aber... Das ist der Run. Das ist der Clear. Hier. So, ich kann jetzt... Ich kann jetzt schon hochziehen. Ja. Und dann schön nach oben gedrückt halten, bis es nicht mehr geht. Und hier runter und direkt wieder hoch. Ja. Tröe. Das ist der Run. Ja. 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 Da colour. Wo ist mein Auftrieb? Hallo? Ist der nicht Auftrieb? Ich bin schon wieder, ich bin schon wieder ein bisschen zu, Moment. Ich finde, ich bin schon wieder so ein bisschen zu tief. Scheiße, das reicht nicht mehr, oder? Jetzt. Was, ich bin schon wieder? Ich weiß nicht, ich bin schon wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020